Jeremias Gotthelf, die schwarze Spinne Der Baum, um den die ganze Gesellschaft sich lagerte, stand oberhalb des Hauses, am sanften Anfang der Halde. Zuerst ins Auge fiel das schöne neue Haus. Über dasselbe weg konnten die Blicke schweifen an den jenseitigen Talesrand, über manchen schönen, reichen Hof und weiterhin über grüne Hügel und dunkle Täler weg. »Du hast da ein stattliches Haus, und alles ist gut angegeben dabei,« sagte der Vetter. »Jetzt könnt ihr auch sein darin und habt Platz für alles. Ich konnte nie begreifen, wie man sich in einem so schlechten Haus so lange leiden kann, wenn man Geld und Holz genug zum Bauen hat, wie ihr zum Exempel.« »Wechsier nicht, Vetter,« sagte der Großvater, »es hat von beidem nichts zu rühmen. Dann ist das Bauen eine wüste Sache. Man weiß wohl, wie man anfängt, aber nie, wie man aufhört. Und manchmal ist einem noch dies im Wege oder das, an jedem Orte etwas anders.« »Mir gefällt das Haus ganz ausnehmend wohl,« sagte eine der Frauen. »Wir sollten auch schon lange ein neues haben, aber wir scheuen immer die Kosten. Sobald mein Mann aber kommt, muss er dieses Recht besehen. Es düngt mich, wenn wir so eins haben könnten, ich wäre im Himmel. Aber fragen möchte ich doch, nehmt es nicht für ungut, warum der gleich neben dem ersten Fenster, der wüste, schwarze Fensterpfosten ist, der steht dem ganzen Hause übel an.« Der Großvater machte ein bedenkliches Gesicht, zog noch härter an seiner Pfeife und sagte endlich, es hätte an Holz gefehlt beim Aufrichten. Kein anderes sei gleich bei der Hand gewesen, da habe man in Not und Eile einiges vom alten Hause genommen. »Aber«, sagte die Frau, »das schwarze Stück Holz war ja noch dazu zu kurz. Oben und unten ist es angesetzt, und jeder Nachbar hätte euch von Herzen gerne ein ganz neues Stück gegeben.« »Ja, wir durften unsere Nachbarn nicht immer von Neuem plagen. Sie hatten uns schon genug geholfen mit Holz und Fahren«, antwortete der Alte. »Hör, Etty«, sagte der Vetter, »mache nicht Schneckentänze, sondern gib die Wahrheit an und aufrichtigen Bericht. Schon manches habe ich Raunen hören, aber Punkt um das Wahre nie vernehmen können. Jetzt schickte es sich so wohl, bis die Weiber den Braten Zweck haben. Du würdest uns damit so kurze Zeit machen, darum gib aufrichtigen Bericht.« Noch manchen Schneckentanz machte der Großvater, ehe er sich dazu verstund. Aber der Vetter und die Weiber ließen nicht nach, bis er es endlich versprach, jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass ihm dann lieber wäre, was er erzähle, bliebe unter ihnen und käme nicht weiter. So etwas scheuen gar viele Leute an einem Hause und er möchte in seinen alten Tagen nicht gerne seinen Leuten böses Spiel machen. »Alemal, wenn ich dieses Holz betrachte, begann der ehrwürdige Alte, so muss ich mich verwundern, wie das wohl zuging, dass aus dem fernen Morgenlande, wo das Menschengeschlecht entstanden sein soll, Menschen bis hierher kamen und diesen Winkel in diesem engen Tal fanden, und muss denken, was die, welche bis hierher verschlagen oder gedrängt wurden, alles ausgestanden haben werden und wer sie wohl mögen gewesen sein.« »Ich habe viel darüber nachgefragt, aber nichts erfahren können, als dass diese Gegend schon sehr früh bewohnt gewesen sei. Ja, Sumiswald noch, ehe unser Heiland auf der Welt war, eine Stadt gewesen sein soll, aber aufgeschrieben steht das nirgends. Doch das weiß man, dass es schon mehr als 600 Jahre her ist, dass das Schloss steht, wo jetzt das Spital ist. Und wahrscheinlich um dieselbe Zeit stund auch hier schon ein Haus und gehörte samt einem großen Teil der Umgegend zu dem Schlosse, mußte dorthin Zehnten und Bodenzinse geben, Frohendienste leisten. Ja, die Menschen waren leibeigen und nicht eigenen rechtens, wie jetzt jeder ist, sobald er zu Jahren kömmt. Gar ungleich hatten es damals die Menschen und nah beieinander wohnten Leibeigene, welche die besten Händel hatten und solche, die schwer, fast unerträglich gedrückt wurden, ihres Lebens nicht sicher waren. Ihr Zustand hing jeweilen von ihren Herren ab. Die waren gar ungleich und doch fast unumschränkt Meister über ihre Leute und diese fanden keinen, dem sie so leichtlich und wirksam klagen konnten. Die, welche zu diesem Schlosse gehörten, sollen es schlimmer gehabt haben, zu Zeiten als die meisten, welche zu anderen Schlössern gehörten. Die meisten anderen Schlösser gehörten einer Familie, kamen von dem Vater auf den Sohn, da kannten der Herr und seine Leute sich von Jugend auf und gar mancher war seinen Leuten wie ein Vater. Dieses Schloss kam nämlich früher in die Hände von Rittern, die man die Teutschen nannte und der, welcher hier zu befehlen hatte, den nannte man den Komtur. Diese Obern wechselten nun und bald war einer da aus dem Sachsenland und bald einer aus dem Schwabenland. Da kam keine Anhänglichkeit auf und ein jeder brachte Brauch und Art mit aus seinem Lande. Nun sollten sie eigentlich in Polen und im Preußenlande mit den Heiden streiten und dort, obgleich sie eigentlich geistliche Ritter waren, gewöhnten sie sich fast an ein Heidenschleben und gingen mit anderen Menschen um, als ob kein Gott im Himmel wäre. Und wenn sie dann heimkamen, so meinten sie noch immer, sie seien im Heidenland und trieben das gleiche Leben fort. Denn die, welche lieber im Schatten lustig leben, als im Wüstenlande blutig stritten, oder die, welche ihre Wunden heilen, ihren Leib stärken mußten, kamen auf die Güter, welche der Orden, so soll man die Gesellschaft der Ritter genannt haben, in Deutschland und in der Schweiz besaß und taten jeder nach seiner Art und was ihm wohlgefiel. Einer der Wüstesten soll der Hans von Stoffeln gewesen sein aus dem Schwabenlande und unter ihm soll es sich zugetragen haben, was ihr von mir wissen wollt und was sich bei uns vom Vater auf den Sohn vererbt hat. Diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem Berhegenhügel ein großes Schloss zu bauen. Dort, wo man noch jetzt, wenn es Wildwetter geben will, die Schlossgeister, ihre Schätze sonnen sieht, stand das Schloss. Sonst bauten die Ritter ihre Schlösser über den Straßen, wie man jetzt die Wirtshäuser an die Straßen baut, beides um die Leute besser plündern zu können, auf verschiedene Weise freilich. Warum aber der Ritter dort auf dem wilden Wüstenhügel in der Einöde ein Schloss haben wollte, wissen wir nicht. Genug? Er wollte es und die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragte nach keinem von der Jahreszeit gebotenem Werk, nicht nach dem Heuet, nicht nach der Ernte, nicht nach dem Seet. So und so viel Gespanne mussten fahren, so und so viel Hände mussten arbeiten, zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein. Dazu schenkte er keine Zehntgabe, kein Mäßbodenzins, kein Fastnachtshuhn, er nicht einmal ein Fastnachtsei. Barmherzigkeit kannte er keine, die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte, so war der Vogt hinter ihm mit der Peitsche und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Wenn die wilden Ritter oben waren, so hatten sie ihre Freude daran, wenn die Peitsche recht knallte und sonst trieben sie noch manchen Schabernack mit den Arbeitern. Wenn sie ihre Arbeit mutwillig verdoppeln konnten, so sparten sie es nicht und hatten dann große Freude an ihrer Angst, an ihrem Schweiß. Endlich war das Schloss fertig. Fünf Ellen dick die Mauern. Niemand wußte, warum es dort oben stand, aber die Bauern waren froh, daß es einmal stand, wenn es doch stehen mußte, der letzte Nagel geschlagen, der letzte Ziegel oben war. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen, sahen mit betrübtem Herzen sich um in ihrem Besitztum, sahen seufzend, wie weit der unselige Bau sie zurückgebracht. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen, darum fassten sie Mut und kräftig den Flug und trösteten Weib und Kind die schweren Hunger gelitten, und denen Arbeit eine neue Pein schien. Aber kaum hatten sie den Flug ins Feld geführt, so kam Botschaft, daß alle Hofbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schloss zu Sumiswald sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Freilich hatten sie von dem gegenwärtigen Bewohnern des Schlosses noch nichts Gutes genossen, sondern lauter Mut, Willen und Härte, aber es dünkte sie billig, daß die Herren ihnen etwas täten für den unerhörten Frohendienst. Und weil es sie so dünkte, so meinten viele, es dünke die Herren auch so, und sie werden am selben Abend ihnen ein Geschenk machen, oder einen Nachlass verkünden wollen. Sie fanden sich am bestimmten Abend zeitig und mit klopfendem Herzen ein, mußten aber lange warten im Schlosshofe, den Knechten zum Gespött. Die Knechte waren auch im Heidenlande gewesen, zudem wird es gewesen sein wie jetzt, wo jedes halbbatzige Herrenknechtlein das Recht zu haben meint, gesessene Bauern verachten zu können und verhöhnen zu dürfen. Endlich wurden sie in den Rittersaal entboten. Vor ihnen öffnete sich die schwere Türe. Drinnen saßen um den schweren Eichentisch die schwarzbraunen Ritter, wilde Hunde zu ihren Füßen, und oben an der von Stoffeln, ein wilder, mächtiger Mann, der einen Kopf hatte wie ein Doppelt-Bärn-Mäß, Augen machte wie Flugräder und einen Bart hatte wie eine alte Löwenmähne. Keiner ging gern zuerst hinein, einer stieß den anderen vor. Da lachten die Ritter, daß der Wein über die Humpen spritzte und wütend stürzten die Hunde vor, denn wenn diese zitternde, zagende Glieder sahen, so meinten sie, dieselben gehören einem zu jagenden Wild. Den Bauern aber warten nicht gut zumute. Es dünkte sie, wenn sie nur wieder daheim wären, und einer drückte sich hinter den anderen. Als endlich Hunde und Ritter schwiegen, erhob der von Stoffeln seine Stimme und sie tönte wie aus einer hundertjährigen Eiche. Mein Schloss ist fertig, doch noch eines fehlt. Der Sommer kömmt und Roben ist kein Schattenzugang. In Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen, sollt hundert ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Münneberg mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Bärhegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr mir es mit Gut und Blut. Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen soll die erste Buche auf Bärhegen stehen. Als von Trunk und Imbiss einer hörte, meinte er, der Ritter sei gnädig und gut gelaunt und begann zu reden von ihrer notwendigen Arbeit und dem Hunger von Weib und Kind, vom Winter, wo die Sache besser zu machen wäre. Da begann der Zorn des Ritters Kopf größer und größer zu schwellen und seine Stimme brach los wie der Donner aus einer Fluh und er sagte ihnen, wenn er gnädig sei, so seien sie übermütig. Wenn im Polenlande einer das nackte Leben habe, so küsse er einem die Füße. Hier hätten sie Kind und Rind, Dach und Fach und doch nicht satt. Aber gehorsamer und genügsamer mache ich euch, so wahr ich Hans von Stoffeln bin. Und wenn in Monatsfrist die hundert Buchen nicht oben stehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Finger lang mehr Gans an euch ist und Weiber und Kinder werfe ich den Hunden vor. Da wagte keiner mehr eine Einrede, aber auch keiner begehrte von dem Trunk und Imbiss. Sie drängten sich, als der zornige Befehl gegeben war, zur Tür hinaus und jeder wäre gerne der Erste gewesen und weithin folgte ihnen des Ritters donnernde Stimme nach, der anderen Ritter Gelächter, der Knechte Spott, der Rüden Geheul. Als der Weg sich beugte vom Schlosse, sie nicht mehr konnten gesehen werden, setzten sie sich an des Weges Rand und weinten bitterlich. Keiner hatte einen Trost für den anderen und keiner hatte den Mut zum rechten Zorn, denn Not und Plage hatten den Mut ihnen völlig ausgelöscht, so, dass sie keine Kraft mehr zum Zorne hatten, sondern nur noch zum Jammern. Über drei Stunden weit sollten sie durch wilde Wege die Buchen führen, mit Ästen und Wurzeln den steilen Berg hinauf und neben diesen Berge wuchsen viele schöne Buchen, aber die mussten sie stehen lassen. In Monatsfrist sollte das Werk geschehen sein. Zwei Tage drei, den dritten Vierbäume sollten sie schleppen durchs lange Tal, den steilen Berg auf mit ihrem ermatteten Vieh. Und über alles dieses war es der Maimond, wo der Bauer sich rühren muss auf seinem Acker, fast Tag und Nacht ihn nicht verlassen darf, wenn er Brot will und Speise für den Winter. Wie sie da so ratlos weinten, keiner den anderen ansehen, in den Jammer des Anderen sehen durfte, weil der Seinige schon über ihm zusammenschlug und keiner heimdurfte mit der Botschaft, keiner den Jammer heimtragen mochte zu Weib und Kind, stund plötzlich vor ihnen, sie wussten nicht woher, lang und dürre, ein grüner Jägersmann. Auf dem Keckenbarett schwankte eine rote Feder. Im schwarzen Gesicht flammte ein rotes Bärtchen und zwischen der gebogenen Nase und dem zugespitzten Kinn, fast unsichtbar wie eine Höhle unter überhängendem Gestein, öffnete sich ein Mund und frug, »Was gibt es, ihr guten Leute, dass ihr da sitzet und heulet, dass es Steine aus dem Boden sprengt und Äste ab den Bäumen?« Zweimal frug er und erhielt keine Antwort. Da ward noch Schwärzer des grünen Schwarzgesicht, noch röter das rote Bärtchen, es schien darin zu knistern und zu spretzeln wie Feuer im Tannenholz. Wie ein Pfeil spitzte sich der Mund, dann tat er sich auseinander und frug ganz holzselig und mild, »Aber, ihr guten Leute, was hilft es euch, dass ihr da sitzet und heulet? Ihr könnt da heulen, bis es eine neue Sündflut gibt oder euer Geschrei die Sterne aus dem Himmel sprengt, aber damit wird euch wahrscheinlich wenig geholfen sein. Wenn euch aber Leute fragen, was ihr hättet, Leute, die es gut mit euch meinen, euch vielleicht helfen könnten, so solltet ihr statt zu heulen antworten und ein vernünftig Wort reden, das hilfe euch viel mehr.« Da schüttelte ein alter Mann das weiße Haupt und sprach, »Haltet es nicht für ungut, aber das, worüber wir weinen, nimmt kein Jägersmann uns ab, und wenn das Herz einmal im Jammer verschwollen ist, so kommen keine Worte mehr daraus.« Da schüttelte sein spitziges Haupt der Grüne und sprach, »Vater, ihr redet nicht dumm, aber so ist es doch nicht. Man mag schlagen, was man will, Stein oder Baum, so gibt es einen Ton von sich. Es klaget. So soll auch der Mensch klagen, soll alles klagen, soll dem ersten Besten klagen, vielleicht hilft ihm der erste Beste. Ich bin nur ein Jägersmann, wer weiß, ob ich nicht daheim ein tüchtiges Gespann habe, Holz und Steine oder Buchen und Tannen zu führen.« Als die armen Bauer das Wort Gespann hörten, fiel es ihnen allen ins Herz, war da zu einem Hoffnungsfunken, und alle sahen auf ihn, und dem Alten ging der Mund noch weiter auf. Er sprach, »Es sei nicht immer richtig, dem ersten Besten zu sagen, was man auf dem Herzen hätte, da man ihm es aber anhöre, dass er es gut meine, dass er vielleicht helfen könne, so wolle man kein Hehl mehr vor ihm haben.« Mehr als zwei Jahre hätten sie schwer gelitten unter dem neuen Schlossbau. Kein Hauswesen sei in der ganzen Herrschaft, welches nicht bitterlich im Mangel sei. Jetzt hätten sie frisch aufgeatmet, in der Meinung, endlich freie Hände zu haben zur eigenen Arbeit, hätten mit neuem Mut den Flug ins Feld geführt, und soeben hätte der Komtor ihnen befohlen, aus im Münneberg gewachsenen Buchen in Monatsfrist beim neuen Schloss einen neuen Schattengang zu pflanzen. Sie wüssten nicht, wie das Vollbringen in dieser Frist mit ihrem abgekarrten Vieh, und wenn sie es vollbrächten, was hilfe es ihnen. Anpflanzen könnten sie nicht und müssten nachher Hungers sterben, im Fall die harte Arbeit sie nicht schon tötete. Diese Botschaft dürften sie nicht heimtragen, möchten nicht zum alten Elend noch den neuen Jammerschütten. Da machte der Grüne ein gar mitleidiges Gesicht, hob drohend die lange, magere, schwarze Hand gegen das Schloss empor und vermaß sich zu schwerer Rache gegen solche Tyrannei. Ihnen aber wollte er helfen. Sein Gespann, wie keines sei im Lande, solle dies seit Sumiswald ihnen alle Buchen, so viele sie dorthin zu bringen vermöchten, auf Behegen führen, ihnen zu lieb, den Rittern zum Trotz und um geringen Lohn. Da horchten hoch auf die armen Männer bei diesem Unerwarteten anerbieten. Konnten sie um den Lohn einig werden, so waren sie gerettet, denn bis an den Kirchstalden konnten sie die Buchen führen, ohne dass ihre Landarbeit darunter versäumt und sie zugrunde gingen. Darum sagte der Alte, so sag an, was du verlangst, auf das wir mit dir des Handels einig werden mögen. Da machte der Grüne ein pfiffig Gesicht. Es knisterte in seinem Bärtchen und wie Schlangenaugen funkelten sie seine Augen an und ein gräulich Lachen stand in beiden Mundwinkeln, als er den Mund voneinander tat und sagte, wie ich gesagt, ich begehre nicht viel, nicht mehr als ein ungetauftes Kind. Das Wort zuckte durch die Männer wie ein Blitz, eine Decke fiel es von ihren Augen und wie Spreu im Wirbelwinde stoben sie auseinander. Da lachte hell auf der Grüne, daß die Fische im Bache sich bargen, die Vögel das Dickicht suchten und grausig schwankte die Feder am Hute und auf und nieder ging das Bärtchen. Besinnet euch oder suchet bei euren Weibern Rat. In der dritten Nacht findet ihr hier mich wieder. So rief er den Fliehenden mit scharftönender Stimme nach, daß die Worte in ihren Ohren hängen blieben, wie Pfeile mit Widerhaken hängen bleiben im Fleische. Blass und zitternd an der Seele und an allen Gliedern stolpten die Männer nach Hause. Keiner sah nach dem Andern sich um, keiner hätte den Hals gedreht, nicht um alle Güter der Welt. Als so verstört die Männer dahergestoben kamen, wie Tauben vom Vogel gejagt zum Taubenschlage, da drang mit ihnen der Schrecken in alle Häuser und alle bebten vor der Kunde, welche den Männern die Glieder also durcheinander warf. In zitternder Neugierde schlichen die Weiber den Männern nach, bis sie dieselben an den Orten hatten, wo man im Stillen ein vertraut Wort reden konnte. Da mußte jeder Mann seinem Weibe erzählen, was sie im Schlosse vernommen. Das hörten sie mit Wut und Fluch. Sie mußten erzählen, wer ihnen begegnet, was er ihnen angetragen. Da ergriff namenlose Angst die Weiber. Ein Wegeschrei ertönte über Berg und Tal. Einer jeden ward, als hätte ihr eigen Kind der Ruchlose begehrt. Ein einziges Weib schrie nicht den anderen gleich. Das war ein grausam, handliches Weib. Eine Lindauerin soll es gewesen sein, und hier auf dem Hofe hat es gewohnt. Es hatte wilde, schwarze Augen und fürchtete sich nicht viel vor Gott und Menschen. Böse war es schon geworden, daß die Männer dem Ritter nicht rundweg das Begehren abgeschlagen. Wenn es dabei gewesen, es hätte ihm sagen wollen, sagte es. Als sie vom Grünen hörte und seinem Antrage und wie die Männer davon gestoben, da ward sie erst recht böse und schallt die Männer über ihre Feigheit. Und daß sie dem Grünen nicht kecker ins Gesicht gesehen, vielleicht hätte er mit einem anderen Lohne sich auch begnügt. Und da die Arbeit für das Schloss sei, würde es ihren Seelen nicht schaden, wenn der Teufel sie mache. Sie ergrimmte in der Seele, daß sie nicht dabei gewesen und wäre es nur, damit sie einmal den Teufel gesehen und auch wüsste, was er für ein Aussehen hätte. Darum weinte dieses Weib nicht, sondern redete in seinem Grimme harte Worte gegen den eigenen Mann und gegen alle anderen Männer. Des folgenden Tages, als in stilles Gewimmer das Wegeschrei verglommen war, saßen die Männer zusammen, suchten Rat und fanden keinen. Anfangs war die Rede von neuen Bitten bei dem Ritter, aber niemand wollte bitten gehen, keinem schien Leib und Leben feil. Einer wollte Weiber und Kinder schicken mit Geheul und Jammer, der aber verstummte schnell, als die Weiber zu reden begannen, denn schon damals waren die Weiber in der Nähe, wenn die Männer im Rate saßen. Sie wussten keinen Rat, als in Gottes Namen gehorsam zu versuchen. Sie wollten Messen lesen lassen, um Gottes Beistand zu gewinnen, wollten Nachbarn um nächtliche geheime Hilfe ansprechen, denn eine Offenbare hätten ihnen ihre Herren nicht erlaubt, wollten sich teilen, die Hälfte sollte bei den Buchen schaffen, die andere Hälfte Haber sehen und des Viehs warten. Sie hofften auf diese Weise und mit Gottes Hilfe täglich wenigstens drei Buchen auf Berhegen hinauf zu schaffen. Vom Grünen redete niemand. Ob niemand an ihn dachte, ist nicht verzeichnet worden. Sie teilten sich ein, rüsteten die Werkzeuge und als der erste Mai-Tag über seine Schwelle kam, sammelten die Männer sich am Münneberg und begannen mit gefasstem Mut und die Arbeit. In weitem Ringe mussten die Buchen umgraben, sorgfältig die Wurzeln geschont, sorgfältig die Bäume, damit sie sich nicht verletzten, zur Erde gelassen werden. Noch war der Morgen nicht hoch am Himmel, als drei zur Abfahrt bereit lagen, denn immer drei sollten zusammengeführt werden, damit man auf dem schweren Weg mit Hand und Vieh sich gegenseitig helfen könne. Aber schon stand die Sonne am Mittag und noch waren sie mit den drei Buchen nicht zum Walde hinaus. Schon stand sie hinter den Bergen und noch waren sie nicht über Sumis Wald hinaus. Erst der neue Morgen fand sie am Fuße des Berges, auf dem das Schloss stand, und die Buchen sollten gepflanzet werden. Ein Missgeschick nach dem anderen traf sie. Die Geschirre zerrissen, die Wagen brachen, Pferde und Ochsen fielen oder weigerten den Gehorsam. Noch ärger ging es am zweiten Tage. Neue Not brachte immerfort neue Mühe, unter rastloser Arbeit keuchten die Armen und keine Buche war noch oben, keine Buche über Sumis Wald hinausgeschafft. Der von Stoffeln schallt und fluchte. Je mehr er schallt und fluchte, umso größer war der Unstern, umso störrischer das Vieh. Die anderen Ritter lachten und höhnten und freuten sich gar sehr über das Zappeln der Bauern, den Zorn des von Stoffeln. Sie hatten gelacht über das von Stoffeln neues Schloss auf dem nackten Gipfel. Da hatte er geschworen, in Monatsfrist müsste ein schöner Laubgang droben sein. Darum fluchte er, darum lachten die Ritter und weinten die Bauern. Eine fürchterliche Mutlosigkeit erfasste diese. Keinen Wagen hatten sie mehr ganz, keinen Zug unbeschädigt, in zwei Tagen nicht drei Buchen zur Stelle gebracht und alle Kraft war erschöpft. Nacht war es geworden. Schwarze Wolken stiegen auf. Es blitzte zum ersten Male in diesem Jahre. An den Weg hatten sich die Männer gesetzt. Es war die gleiche Beugung des Weges, in welcher sie vor drei Tagen gesessen waren, sie wussten es aber nicht. Da saß der Hornbachbauer, der Lindauerinnenmann, mit zwei Knechten und andere mehr saßen auch bei ihnen. Sie wollten da auf Buchen warten, die von Sumiswald kommen sollten, wollten ungestört sinnen über ihr Elend, wollten ruhen lassen ihre zerschlagenen Glieder. Da kam rasch ein Weib daher, einen großen Korb auf dem Kopfe. Es war Christine, die Lindauerin des Hornbachbauern-Eheweib, zu dem derselbe gekommen war, als er einmal mit seinem Herren zu Felde gezogen war. Sie war nicht von den Weibern, die froh sind, daheim zu sein, in der Stille ihre Geschäfte zu beschicken und die sich um nichts kümmern als um Haus und Kind. Christine wollte wissen, was ging und wo sie ihren Rat nicht dazugeben konnte, da ginge es schlecht, so meinte sie. Mit der Speise hatte sie daher keine Magd gesandt, sondern den schweren Korb auf den eigenen Kopf genommen und die Männer lange gesucht umsonst. Bittere Worte ließ sie fallen darüber, sobald sie dieselben gefunden. Unterdessen war sie aber nicht müßig, die konnte noch reden und schaffen zu gleicher Zeit. Sie stellte den Korb ab, deckte den Kübel ab, in welchem das Hafermus war, legte das Brot und den Käse zurecht und steckte jedem gegenüber für Mann und Knecht die Löffel ins Mus und hieß auch die anderen zugreifen, die noch speislos waren. Dann frug sie nach der Männertagwerk und wie viel geschaffet worden in den zwei Tagen. Aber Hunger und Worte waren den Männern ausgegangen und keiner griff zum Löffel und keiner hatte eine Antwort. Nur ein leichtfertig Knechtlein, dem es gleichgültig war, regne oder Sonnenscheine es in der Ernte, wenn nur das Jahr umging und der Lohn kam und zu jeder Essenszeit das Essen auf den Tisch, griff zum Löffel und berichtete Christine, dass noch keine Buche gepflanzet sei und alles gehe, als ob sie verhext wären. Da schallt die Lindauerin, dass das eitel Einbildung wäre und die Männer nichts als Kindbetterinnen. Mit Schaffen und Weinen, mit Hocken und Heulen werde man keine Buchen auf den Bärhegen bringen. Ihnen würde nur ihr Recht widerfahren, wenn der Ritter seinen Mutwillen an ihnen ausließe. Aber um Weib- und Kinderwillen müsse die Sache anders zur Hand genommen werden. Da kam plötzlich über die Achsel des Weibes eine lange schwarze Hand und eine grelle Stimme rief »Ja, die hat Recht« und mitten unter ihnen stand mit grinsendem Gesicht der Grüne und lustig schwankte die rote Feder auf seinem Hute. Da hob der Schreck die Männer von Dannen, sie stoben die Halde auf wie Spreu im Wirbelwinde. Nur Christine, die Lindauerin, konnte nicht fliehen, sie erfuhr es, wie man den Teufel leibhaftig kriegt, wenn man ihn an die Wand male. Sie blieb stehen wie gebannt, musste schauen die rote Feder am Barrett und wie das rote Bärtchen lustig auf- und niederging im schwarzen Gesichte. Gellend lachte der Grüne den Männern nach, aber gegen Christine machte er ein zärtlich Gesicht und fasste mit höflicher Gebärde ihre Hand. Christine wollte sie wegziehen, aber sie entrann dem Grünen nicht mehr, es war ihr als Zische Fleisch zwischen glühenden Zangen. Und schöne Worte begann er zu reden, und zu den Worten zwitzerte lüstern sein Rotbärtchen auf und ab. Und Und so ein schön Weibchen habe er lange nicht gesehen, sagte er, das Herz lache ihm im Leibe, zudem habe er sie gern mutig, und gerade die seien ihm die liebsten, welche stehen bleiben dürften, wenn die Männer davon liefen. Wie er so redete, kam Christine der Grüne immer weniger schreckhaft vor. Mit dem sei doch noch zu reden, dachte sie, und sie wüßte nicht, warum davon laufen, sie hätte schon viel wüstere gesehen. Der Gedanke kam ihr immer mehr, mit dem ließe sich was machen, und wenn man recht mit ihm zu reden wüsste, so täte er einem wohl einen Gefallen, oder am Ende könnte man ihn übertölpeln, wie die anderen Männer auch. Er wüsste gar nicht, fuhr der Grüne fort, warum man sich so vor ihm scheue. Er meinte es doch so gut mit allen Menschen, und wenn man so grob gegen ihn sei, so müsse man sich nicht wundern, wenn er den Leuten nicht immer täte, was ihnen am liebsten wäre. Da faßte Christine ein Herz und antwortete, er erschrecke aber die Leute auch, dass es schrecklich wäre. Warum habe er ein ungetauft Kind verlangt? Er hätte doch von einem anderen Lohn reden können, das komme den Leuten gar verdächtig vor. Ein Kind sei immer ein Mensch und ungetauft eins aus den Händen geben, das werde kein Christ tun. Das ist mein Lohn, an den ich gewohnt bin, und um anderen fahre ich nicht. Und was frägt man doch so einem Kinde nach, das noch niemand kennt? So jung gibt man sie am liebsten weg, hat man doch noch keine Freude an ihnen gehabt und keine Mühe mit ihnen. Ich aber habe sie je jünger je lieber. Je früher ich ein Kind erziehen kann auf meine Manier, umso weiter bringe ich es. Dazu habe ich aber das Taufen gar nicht nötig und will es nicht. Da sah Christine wohl, dass er mit keinem anderen Lohn sich werde begnügen wollen. Aber es wuchs in ihr immer mehr der Gedanke, das wäre doch der Einzige, der nicht zu betrügen wäre. Darum sagte sie, wenn aber einer etwas verdienen wolle, so müsste er sich mit dem Lohn begnügen, den man ihm geben könne, sie aber hätten gegenwärtig in keinem Hause ein ungetauft Kind, und in Monatsfrist gäbe es keins, und in dieser Zeit müssten die Buchen geliefert sein. Da schwänzelte gar höflich der Grüne und sagte, ich begehre das Kind ja nicht zum Voraus, sobald man mir verspricht, das Erste zu liefern, ungetauft, welches geboren wird, so bin ich zufrieden. Das gefiel Christine gar wohl. Sie wußte, dass es in geraumer Zeit kein Kind geben werde in ihrer Herrengebiet, wenn nun einmal der Grüne sein Versprechen gehalten und die Buchen gepflanzt seien, so braucht man ihm gar nichts mehr zu geben, weder ein Kind noch was anderes. Man lasse Messen lesen zu Schutz und Trutz und lache tapfer den Grünen aus, so dachte Christine. Sie dankte daher schon ganz herzhaft für das gute Anerbieten und sagte, es sei zu bedenken und sie wollte mit den Männern darüber reden. Ja, sagte der Grüne, da ist gar nichts mehr weder zu denken noch zu reden. Für heute habe ich euch bestellt und jetzt will ich den Bescheid. Ich habe noch an gar vielen Orten zu tun und bin nicht bloß wegen euch da. Du musst mir zu oder absagen. Nachher will ich von dem ganzen Handel nichts mehr wissen. Christine wollte die Sache verdrehen, denn sie nahmen sie nicht gerne auf sich, sie wäre sogar sehr zärtlich geworden, um Stündigung zu erhalten, allein der Grüne war nicht aufgelegt, wankte nicht. Jetzt oder nie, sagte er. Sobald aber der Handel geschlossen sei um ein einzig Kind, so wolle er in jeder Nacht so viel Buchen auf Berhegen führen, als man ihm vor Mitternacht unten an den Kirchstalden liefere, dort wollte er sie in Empfang nehmen. Nun, schöne Frau, bedenke dich nicht, sagte der Grüne und klopfte Christine holzselig auf die Wange. Da klopfte doch ihr Herz. Sie hätte lieber die Männer hineingestoßen, um hinterdrein ihnen die Schuld geben zu können. Aber die Zeit drängte. Kein Mann war da als Sündenbock und der Glaube verließ sie nicht, dass sie listiger als der Grüne sei und wohl ein Einfall kommen werde, ihn mit langer Nase abzuspeisen. Darum sagte Christine, sie für ihre Person wolle zugesagt haben. Wenn aber dann später die Männer nicht wollten, so vermöchte sie dessen nicht und er solle es sie nicht entgelten lassen. Mit dem Versprechen zu tun, was sie könne, sei er hinlänglich zufrieden, sagte der Grüne. Augenblick, wo sie mit ihrem Blute dem Grünen den Akkord unterschreiben müsse. Aber der Grüne machte es viel leichter und sagte, von hübschen Weibern begehre er nie eine Unterschrift. Mit einem Kuss sei er zufrieden. Somit spitzte er seinen Mund gegen Christine's Gesicht und Christine konnte nicht fliehen, war wiederum wie gebannt, steif und starr. Da berührte der spitzige Mund Eisen aus Feuer durch Mark und Beinfahre, durch Leib und Seele und ein gelber Blitz fuhr zwischen ihnen durch und zeigte Christine freudig verzerrt des grünen teuflisch Gesicht und ein Donner fuhr über sie als ob der Himmel zersprungen wäre. Verschwunden war der Grüne und Christine stand wie versteinert als ob tief in den Boden hinunter ihre Füße Wurzeln getrieben hätten in jenem schrecklichen Augenblicke. Endlich war sie ihrer Glieder wieder mächtig, aber im Gemüte brauste und sauste es ihr, als ob ein mächtiges Wasser seine Fluten wälze über turmhohe Felsen hinunter in schwarzen Schlund. Wie man im Donner der Wasser die eigene Stimme nicht hört, so ward Christine der eigenen Gedanken sich nicht bewusst im Tosen, das donnerte in ihrem Gemüte. Unwillkürlich floh sie den Berg hinan und immer glühender fühlte sie ein Brennen an ihrer Wange, da wo des grünen Mund sie berührt. Sie rieb, sie wusch, aber der Brand nahm nicht ab. Es ward eine wilde Nacht. In Lüften und Klüften heulte und toste es, als ob die Geister der Nacht Hochzeit hielten in den schwarzen Wolken. Die Winde die wilden Reigen spielten zu ihrem Grausentanze, die Blitze die Hochzeitsfackeln wehren und der Donner der Hochzeitssegen. In finsterem Bergestale regte es sich um ein großes Haus und viele drängten sich um sein schimmernd Obdach. Sonst treibt im Gewittersturm die Angst um den eigenen Herd den Landmann unter das eigene Dach und sorgsam wachend solange das Gewitter am Himmel steht wahret und hütet er das eigene Haus aber jetzt war die gemeinsame Not größer als die Angst vor dem Gewitter diese trieb sie in diesem Hause zusammen an welchem vorbeigehen mussten die welche der Sturm aus dem Münneberg trieb und die welche von Berhegen sich geflüchtet den Graus der Nacht ob dem eigenen Elend vergessend hörte man sie klagen und grollen über ihr Missgeschick zu allem Unglück war noch das Toben der Natur gekommen Pferde und Ochsen waren scheu geworden betäubt hatten Wagen zertrümmert sich über Felsen gestürzt und schwer verwundet stöhnte mancher in tiefem Schmerze laut auf schrie mancher dem man zerrissene Glieder einzog und zusammenband in das Elend hinein flüchteten sich auch in schauerlicher Angst die welche den Grünen gesehen und erzählten bebend die wiederholte hörte die Menge was die Männer erzählten drängten sich aus den weiten dunklen Raume dem Feuer zu um welches die Männer saßen und wenn der Wind durch die Sparen fuhr oder Donner über dem Hause rollte so schrie laut auf die Menge und meinte es breche durchs Dach der Grüne sich zu zeigen in ihrer Mitte als er aber nicht kam als der Schreck vor ihm verging als das alte Elend blieb und der Jammer der Leidenden lauter wurde da stiegen allmählich die Gedanken auf die den Menschen der in der Not ist so gerne um seine Seele bringen sie begannen zu rechnen wie viel mehr wert sie alle sein als ein einzig ungetauft Kind sie vergaßen immer mehr dass die Schuld an einer Seele tausendmal schwerer wiege als die Rettung von tausend und aber mal tausend Menschen leben diese Gedanken wurden allmählich laut und begannen sich zu mischen als verständliche Worte in das Schmerzensgestöhnen der Leidenden man fragte näher nach dem Grünen grollte daß man ihm nicht besser Rede gestanden genommen hätte er niemand und je weniger man ihn fürchte umso weniger tue er den Menschen dem ganzen Tale hätten sie vielleicht helfen können wenn sie das Herz am rechten Orte gehabt hätten da begannen die Männer sich zu entschuldigen sie sagten nicht dass es sich mit dem Teufel nicht spaßen lasse dass wer ihm ein Ohr laie bald den ganzen Kopf ihm geben müsse sondern sie redeten von des grünen schrecklicher Gestalt seinem Flammen Bate der feurigen Feder auf seinem Hute einem Schlossturme gleich und dem schrecklichen Schwefelgeruch den sie nicht hätten ertragen mögen christines Mann aber der gewöhnt worden war dass sein Wort erst durch die Zustimmung seiner Frau Kraft erhielt sagte sie sollten nur seine Frau fragen die könne ihnen sagen ob es jemand hätte aushalten mögen und dass die ein mutiges weib sei wüssten alle da sahen alle nach christine sich um aber keiner sah sie es hatte jeder nur an seine eigene rettung gedacht und an anderen nicht und wie jetzt jeder im trockenen saß so meinte er die anderen säßen ebenso jetzt erst fiel allen bei dass sie christine seit jenem schrecklichen Augenblick nicht mehr gesehen und ins Haus war sie nicht gekommen da begann der Mann zu jammern und alle anderen mit ihm denn es ward ihnen allen als ob christine allein zu helfen wüsste plötzlich ging die tür auf und christine stand mitten unter ihnen ihre haare trieften rot waren die wangen und ihre augen brannten noch dunkler als sonst in unheimlichen feuer eine teilnahme deren christine sonst nicht gewohnt war empfing sie und jeder wollte ihr erzählen was man gedacht und gesagt und wie man kummer um sie gehabt christine sah bald was alles zu bedeuten hatte und verbarg ihre innere glut hinter spöttischen worten warf den männern ihre übereilte flucht vor und wie keiner um ein arm weib sich bekümmert und keiner sich umgesehen was der grüne mit ihr beginne da brach der sturm der neugierde aus und jeder wollte zuerst wissen was nun der grüne mit ihr angefangen und die hintersten hoben sich hoch auf um besser zu hören und die frau näher zu sehen die dem grünen so nahe gestanden sie sollte nichts sagen meinte christine zuerst man hätte es nicht um sie verdient als fremde sie übel geplaget im tale die weiber ihr einen üblen namen angehängt die männer sie allenthalben im stich gelassen und wenn sie nicht besser gesinnet wäre als alle und wenn sie nicht mehr mut als alle hätte so wäre noch jetzt weder Trost noch Ausweg da so redete christine noch lange warf harte worte gegen die weiber die ihr nie hätten glauben wollen dass der bodensee größer sei als der schloss teich und je mehr man ihr anhielt umso härter schien sie zu werden und stützte sich besonders darauf dass was sie zu sagen hätte man ihr übel auslegen und wenn die Sache gut käme ihr keinen Dank haben werde käme sie aber übel so lüde man ihr alle schuld auf und die ganze Verantwortung als endlich die ganze versammlung vor christine wie auf den knien lag mit bitten und flehen und die verwundeten laut aufschrien und anhielten da schien christine zu erweichen und begann zu erzählen wie sie stand gehalten und mit dem grünen abrede getroffen aber von dem kusse sagte sie nichts nichts davon wie er sie auf gemüte aber sie erzählte was sie seither gesinnet im verschlagenen gemüte das wichtigste sei dass die buchen nach berhegen geschafft würden seien sie einmal oben so könne man immer noch sehen was man machen wolle die Hauptsache sei dass bis dahin so viel ihr bekannt unter ihnen kein kind werde geboren werden vielen lief es kalt den rücken auf bei der erzählung aber dass man dann das gefiel allen wohl nur ein junges weibchen weinte gar bitterlich dass man unter seinen augen die hände hätte waschen können aber sagen tat es nichts ein altehrwürdig weib dagegen hochgestaltet und mit einem gesichte vor dem man sonst sich beugen oder vor ihm fliehen mußte trat in die mitte und sprach gott vergessen wäre es gehandelt auf das ungewisse das gewisse stellen und spielen mit wer mit dem bösen sich einlasse komme vom bösen nimmerlos und wer ihm den finger gebe den behalte er mit leib und seele aus diesem elend können niemand helfen als gott wer ihn aber verlasse in der not der versinke in der not aber diesmal verachtete man der alten rede und schweigen hieß man das junge weibchen mit weinen und heulen sei einem diesmal nicht geholfen da rätig wurde man bald die sache zu versuchen bös könne das kaum gehen im bösesten fall aber nicht das erste mal sei es daß menschen die schlimmsten geister betrogen und wenn sie selbst nichts wüßten so fände wohl ein priester rat und aus weg aber in finsterem gemüte soll mancher gedacht haben wie er später bekannte gar viel Geld und Umtriebe wage er nicht eines ungetauften kindes wegen als der rat nach christines sinn gefasst wurde da war es als ob alle wirbelwinde über dem hause zusammen stießen die heere der wilden jäger vorüber sausten die fosten des hauses wanken die balken bogen sich bäume splitterten am hause wie sperre auf einer ritter brust blass wurden drinnen die menschen grauen überfiel sie aber den rat lösten sie nicht bei grauendem morgen begannen sie eine ausführung schön und hell war der morgen gewitter und hexenwerke verschwunden die äxte hieben noch einmal so scharf wie sonst der boden war locker und jede buche fiel gerade wie man sie haben wollte kein wagen brach mehr das vieh war willig und stark und die menschen geschützt vor jedem unfall wie durch unsichtbare hand nur eines war sonderbar unterhalb Sumiswald führte damals noch kein Weg ins hintere Tal oder war noch Sumpf, den die zügellose Grüne bewässerte man musste den Stalden auf durchs Dorf fahren an der Kirche vorbei sie fuhren wie an den früheren Tagen immer drei Gespanne auf einmal umeinander helfen zu können mit Rat, Kraft und Vieh und hatten nun nur durch Sumiswald zu fahren außerhalb des Dorfes den Kirchstalden ab an dem eine kleine Kapelle stand unterhalb des selben unterhalb desselben auf ebenem Wege hatten sie die Buchen abzulegen sobald sie den Stalden auf waren und auf ebenem Weg gegen die Kirche kamen, so war das Gewicht der Wagen nicht leichter, sondern schwerer und schwerer sie mussten Tiere vorspannen, so viele sie deren hatten, mussten unmenschlich auf sie schlagen, mussten selbst Hand an die Speichen legen, dazu scheuten die sanftesten Rosse, als ob etwas unsichtbares vom Kirchhofe her ihnen im Wege stehe und ein dumpfer Glockenton, fast wie der verirrte Schall einer Totenglocke, kam von der Kirche her, das ein eigentümlich Grauen die stärksten Männer ergriff und jedes Mal Menschen und Tiere bebten, wenn man gegen die Kirche kam war man einmal vorbei so konnte man ruhig fahren, ruhig abladen, ruhig zu frischer Ladung wieder gehen Sechs Buchen lud man am selbigen Tag nebeneinander ab an die abgeredete Stelle Sechs Buchen waren am folgen Morgen zu Berhegen oben gepflanzet und durchs ganze Tal hin hatte niemand eine Achse gehört, die sich umgedreht um ihre Spule niemand der Vorleute üblich Geschrei der Pferde wiehern, der Ochsen einförmig gebrüll Aber sechs Buchen standen oben, die konnte sehen, wer wollte und es waren die sechs Buchen, die man unten an dem Stalden hingelegt hatte und nicht andere Da war das Staunen groß im ganzen Tale und die Neugierde regte sich bei Männiglich Absonderlich die Ritter nahm es Wunder, welche Pacht die Bauern geschlossen und auf welche Weise die Buchen zur Stelle geschafft würden Sie hätten gerne auf heidnische Weise den Bauern das Geheimnis ausgepresst Allein sie sahen bald, dass die Bauern auch nicht alles wüssten, da sie selbst halb erschrocken waren Zudem wehrte der von Stoffeln Dem war es nicht nur gleichgültig, wie die Buchen nach Berhegen kamen Im Gegenteil, wenn nur die Buchen heraufkamen, so sah er es gerne, dass die Bauern dabei geschont wurden Er hatte wohl gesehen, dass der Spott der Ritter ihn zu einer Unbesonnenheit verleitet hatte Denn wenn die Bauern zugrunde gingen, die Felder unbestellt blieben, so hatte die Herrschaft den größten Schaden dabei Allein, was der von Stoffeln einmal gesagt hatte, dabei blieb es Die Erleichterung, welche die Bauern sich verschafft, war ihm daher ganz recht Und ganz gleichgültig, ob sie dafür ihre Seelen verschrieben Denn was gingen ihn, der Bauern, Seelen an, wenn einmal der Tod ihre Leiber genommen Er lachte jetzt über seine Ritter und schützte die Bauern vor ihrem Mutwillen Diese wollten den Handel doch ergründen und sandten Knappen zur Wache Die fand man des Morgens halbtot im Gräben, wohin eine unsichtbare Hand sie geschleudert Da zogen zwei Ritter hin auf Berhegen Es waren kühne Degen, und wo ein Wagnis zu bestehen gewesen im Heidenland Da hatten sie es bestanden Am Morgen fand man sie erstarrt am Boden Und als sie der Rede wieder mächtig waren, sagten sie Ein roter Ritter mit feuriger Lanze hätte sie niedergerannt Hier und da konnte eine neugierige Weibseele sich nicht enthalten, wenn es Mitternacht war Durch eine Spalte oder Luke nach dem Wege im Tale zu sehen Alsbald wehete ein giftiger Wind sie an Das Gesicht schwoll auf Wochenlang konnte man weder Nase noch Auge sehen Den Mund mit Mühe finden Da verging den Leuten das Spähen Kein Auge sah mehr zu tale, wenn Mitternacht über demselben lag Einmal aber kam einen Mann plötzlich das Sterben an Er bedurfte des letzten Trostes Aber niemand durfte den Priester holen Denn Mitternacht war nahe Und der Weg führte am Kirchstalden vorbei Da lief ein unschuldig Bübchen Gott und Menschen lieb Aus Angst um den Vater ungeheißen Sumiswald zu Als er gegen den Kirchstalden kam Sah er von dort die Buchen auffahren Vom Boden Jede von zwei feurigen Eichhörnchen gezogen Und nebenbei sah er reiten Auf schwarzem Bocke einen grünen Mann Eine feurige Geißel hatte er in der Hand Einen feurigen Barte im Gesichte Und auf dem Hute schwankte glutrot eine Feder So sei der Zug gefahren Hoch durch die Lüfte Und schnell wie ein Augenblick Solches sah der Knabe Und niemand tat ihm was Noch waren nicht drei Wochen vergangen So stunden neunzig Buchen auf Berhegen Machten einen schönen Schattengang Denn alle schlugen üppig aus Keine einzige Verdorrte Aber die Ritter Und auch der von Stoffeln Ergingen sich nicht oft darin Es wehte sie allemal Ein heimlich Grauen an Sie hätten von der Sache Lieber nichts mehr gewusst Aber keiner machte ihr ein Ende Es tröstete ein jeder sich Fehle es So trage der andere die Schuld Den Bauern aber Wohlete es mit jeder Buche Welche oben war Denn mit jeder Buche Wuchs die Hoffnung Dem Herrn zu genügen Den Grünen zu betrügen Er hatte ja kein Unterpfand Und war die unterste einmal oben Was frugen sie dann dem Grünen nach Indessen waren sie der Sache Noch nicht sicher Aller Tage fürchteten sie Er spiele ihnen ein Schabernack Und lasse sie im Stiche Am Urbanus-Tage Brachten sie ihm die letzten Buchen An den Kirchstalden Und alt und jung Schlief wenig in Selbernacht Man konnte fast nicht glauben Dass er ohne Umstände Und ohne Kind Oder fand Die Arbeit vollendete Am folgenden Morgen Lange vor der Sonne Waren alt und jung Auf den Beinen In allen regte sich Die gleiche neugierige Angst Aber lange wagte sich keiner Auf den Platz Wo die Buchen lagen Und man wusste nicht Lag dort eine Beize für die Welche den Grünen betrügen wollten Ein wilder Küherbub Der Käse von der Alp gebracht Wagte es endlich Sprang voran Und fand keine Buchen mehr Und keine Hinterlist Tat auf dem Platze Sich kund Noch trauten sie dem Spiele nicht Ihnen vorauf Musste der Küherbub Nach Berhegen Dort war alles in Ordnung Hundert Buchen Standen in Reih und Glied Keine war verdorret Keinem von ihnen Lief das Gesicht auf Keinem tat Ein Glied weh Da stieg der Jubel Hoch in ihren Herzen Und viel Spott Gegen den Grünen Und gegen die Ritter floss Zum dritten Mal Sandten sie aus Den wilden Küherbub Und ließen dem Vom Stoffel sagen Es sei auf Berhegen Nun alles in der Ordnung Er möchte kommen Und die Buchen zählen Dem aber Wart es grauslich Und er ließ ihnen sagen Sie sollten machen Dass sie heimkämen Gerne hätte er ihnen Sagen lassen Sie sollten den ganzen Schattengang Wieder wegschaffen Aber er tat es nicht Seiner Ritter wegen Es sollte nicht heißen Er fürchte sich Aber er wußte nicht Von der Bauernpacht Und wer sich In den Handel Mischen könnte Als der Kürsbub Den Bescheid brachte Da schwollen die Herzen Noch trotziger auf Die wilde Jugend Tanzte im Schattengange Wildes Jodeln Halte Von Kluft zu Kluft Von Berg zu Berg Halte An den Mauern Des Schlosses Sumiswald wieder Bedächtige Alte Warnten Und baten Aber trotzige Herzen Achten bedächtiger Alten Warnung nicht Wenn dann Das Unglück Da ist So sollen es Die Alten Mit ihrem Zagen Und Warnen Herbeigezogen haben Die Zeit Ist noch nicht da Wo man es erkennt Daß der Trotz Das Unglück Aus dem Boden Stampft Der Jubel Zog sich Über Berg Und Tal In alle Häuser Und wo noch Eines Fingers Lang Fleisch Im Rauche hing Da ward es gekocht Und wo noch Eine Hand Groß Butter Im Hafen war Da wurde geküchelt Das Fleisch Wart gegessen Die Küchli Schwanden Der Tag Der Tag War verronnen Und ein anderer Tag Stieg am Himmel auf Immer näher Kam der Tag An welchem Ein Weib Ein Kind Gebären sollte Und Je näher Der Tag Kam Umso dringlicher Wurde die Angst Wieder Der Grüne Werde sich Wieder künden Fordern Was ihm gehöre Oder ihnen Eine Beize Legen Den Jammer Jenes jungen Weibes Welches das Kind Gebären sollte Wer will ihn ermessen Im ganzen Hause Tönte er wieder Er griff nach und nach Alle Glieder des Hauses Und Rat Wußte niemand Je näher Die verhängnisvolle Stunde Kam Umso näher Drängte das arme Weibchen Sich zu Gott Umklammerte Nicht mit den Armen Allein Sondern mit dem Leibe und der Seele Und aus dem ganzen Gemüte Die heilige Mutter Bittend um Schutz Um ihres Gebenedeiten Sohnes Willen Und ihr wart Immer klarer Dass im Leben Und Sterben In jeder Not Der größte Trost Bei Gott sei Denn wo der sei Da dürfe das Böse Nicht sein Und hätte keine Macht Immer deutlicher Trat der Glaube Vor dessen Seele Dass Wenn ein Priester Des Herren Mit dem Allerheiligsten Dem heiligen Leibe Des Erlösers Bei der Geburt Zugegen wäre Und bewaffnet Mit kräftigen Bandsprüchen So dürfte Kein böser Geist Sich nahen Und alsobald Könnte der Priester Das neugeborene Kind Mit dem Sakramente Der Taufe versehen Was die damalige Sitte Erlaubte Dann Wäre das arme Kind Der Gefahr Für immer entrissen Welche die Vermessenheit Der Väter Über es gebracht Dieser Glaube Stieg auch Bei den Andern auf Und der Jammer Des jungen Weibes Ging ihnen zu Herzen Aber sie scheuten sich Dem Priester Ihre Pacht Mit dem Satan Warum Endlich drang einem Weibe Der Jammer zu Herzen Es lief hin Um's Haus In welchem das Weib Ihrer Stunde harte Zog er den heiligen Bann Mit geweihtem Wasser Den böse Geister Nicht überschreiten dürfen Segnete die Schwelle ein Die ganze Stube Und ruhig Gebar das Weib Und ungestört Taufte der Priester Das Kind Ruhig Blieb es auch draußen Am klaren Himmel Flimmerten die hellen Sterne Leise Lüfte Spielten in den Bäumen Ein wiehernd Gelächter Wollten die einen Gehört haben Von Ferne her Die Andern aber meinten Es seien nur die Keuzlein gewesen An des Waldes Saum Alle die da waren Aber freuten sich höchlich Und alle Angst War verschwunden Auf immer Wie sie meinten Hatten sie den Grünen Einmal angeführt So konnten sie es Immer tun Mit dem gleichen Mittel Ein großes Mahl Wart zugerichtet Weither wurden Die Gäste entboten Umsonst Mahnte der Priester Des Herren Von Schmaus Und Jubel ab Mahnte zu zagen Und zu beten Dennoch Sei der Feind Nicht besiegt Gott nicht gesühnt Es sei ihm Im Geiste Als dürfe er ihnen Keine Buße Zur Sühnung auferlegen Als nahe sich eine Buße Gewaltig und schwer Und aus Gottes Selbst eigener Hand Aber sie hörten ihn nicht Wollten ihn befriedigen Mit Speise und Trank Er aber ging betrübt weg Bat für die Welche nicht wüssten Was sie täten Und rüstete sich Mit Beten und Fasten Zu kämpfen Als ein Getreuer Hört Für die anvertraute Herde Mitten unter den Jubelierenden Ist auch Christine Gesessen Aber Sonderbar Stille Mit glühenden Wangen Düsteren Augen Seltsam Sah man es Zucken In ihrem Gesichte Christine War bei der Geburt Zugegen gewesen Als erfahrene Wehmutter War bei der Plötzlichen Taufe Zu Gevatter gestanden Mit frechem Herzen Ohne Furcht Aber wie der Priester Das Wasser sprengte Über das Kind Und es taufte In den drei höchsten Namen Da war es ihr Als drücke man ihr plötzlich Ein feurig Eisen Auf die Stelle Wo sie des grünen Kuss Empfangen In jem Schrecken War sie zusammengezuckt Das Kind fast zur Erde gefallen Und seither Hatte der Schmerz Nicht abgenommen Sondern ward glühender Von Stunde zu Stunde Anfangs war sie stille gesessen Hatte den Schmerz erdrückt Und heimlich Die schweren Gedanken Gewälzet In ihrer erwachten Seele Aber immer häufiger Fuhr sie mit der Hand Nach dem brennenden Fleck Auf dem ihr Eine giftige Wespe Zu sitzen schien Die ihr einen glühenden Stachel bohre Bis ins Mark hinein Als keine Wespe Zu verjagen war Die Stiche immer heißer wurden Die Gedanken immer schrecklicher Da begann Christine Ihre Wange zu zeigen Zu fragen Was darauf zu sehen sei Und immer von Neuem Frug Christine Aber niemand Sah etwas Und bald Mochte niemand mehr Mit dem Späen Auf den Wangen Die Lust sich verkürzen Endlich Konnte sie noch Ein Altweib erbitten Eben krähte der Hahn Der Morgenkraute Da sah die Alte Auf Christines Wange Einen fast unsichtbaren Fleck Es sei nichts Sagte die Das werde schon vergehen Und ging weiter Und Christine Eine wollte sich trösten Sie war damals wie ein Blitz Ein Höcker Ein Höcker zu pflanzen So litt und lief Christine Manchen langen Tag Und manche lange Nacht Und hatte keine Menschen Die Angst ihres Herzens Geoffenbart Und was sie vom Grünen Auf diese Stelle erhalten Aber wenn sie gewusst hätte Auf welche Weise Sie diese Pein loswerden könnte Sie hätte alles Im Himmel Und auf Erden geopfert Sie war von Natur aus Ein vermessen Weib Jetzt aber Erwildet In wütendem Schmerze Da geschah es Dass wiederum Ein Weib Ein Kind erwartete Diesmal war die Angst Nicht groß Die Leute wohlgemut Sobald sie zu rechter Zeit Für den Priester sorgten Meinten sie Des Grünen spotten zu können Nur Christine War es nicht so Je näher der Tag Der Geburt kam Desto schrecklicher Wart der Brand Auf ihrer Wange Desto mächtiger Dehnte der schwarze Punkt Sich aus Deutliche Beine Streckte er von sich aus Kurze Haare Trieb er empor Glänzende Punkte Und Streifen Erschienen auf seinem Rücken Und zum Kopfe Wart der Höcker Und glänzend Und giftig Blitzte es Aus demselben Wie aus zwei Augen Hervor Laut aufschrien Alle Wenn sie die giftige Kreuzspinne sahen Auf Christines Gesicht Und voll Angst Und Grauen Flohen sie Wenn sie sahen Wie sie fest saß Im Gesichte Und aus demselben Herausgewachsen Allerlei Redeten die Leute Der eine riet dies Der andere ein anderes Aber alle Mochten Christine Gönnen Was es auch sein möchte Und alle Wichen ihr aus Und flohen sie Wo es nur möglich war Je mehr die Leute Flohen Desto mehr Trieb es Christine Ihnen nach Sie fuhr von Haus Zu Haus Sie fühlte wohl Der Teufel mahne sie An das verheißene Kind Und um das Opfer Den Leuten einzureden Mit unumwundenen Worten Fuhr sie ihnen nach In Höllenangst Aber das kümmerte Die anderen wenig Was Christine peinigte Tat ihnen nicht weh Was sie litt hatte Nach ihrer Meinung Sie verschuldet Und wenn sie ihr Nicht mehr entrinnen konnten So sagten sie zu ihr Da Siehe du zu Keiner hat ein Kind verheißen Darum gibt auch keiner eines Mit wütender Rede Setzte sie dem eigenen Manne zu Dieser floh wie die anderen Und wenn er nicht mehr fliehen konnte So sprach er Christine Kaltblütig zu Das werde schon besser Das sei ein Mahlzeichen Wie gar viele Menschen Deren hätten Wenn es einmal ausgewachsen sei So höre der Schmerz auf Und leicht sei es dann abzubinden Unterdessen aber Hörte der Schmerz nicht auf Jedes Bein war ein Höllenbrand Der Spinneleib Die Hölle selbst Und als des Weibes Erwartete Stunde kam Da war es Christine Als umwalle sie ein Feuermeer Als wühlten feurige Messer In ihrem Mark Als führen feurige Wirbelwinde Durch ihr Gehirn Die Spinne aber Schwoll an Bäumte sich auf Und zwischen den kurzen Bursten hervor Quollen giftig ihre Augen Als Christine In ihrer glühenden Pein Nirgends Teilnahme Die Kreisende Wohlbewacht fand Da stürzte sie Einer Wirbelsinnigen Gleich den Weg entlang Den der Priester kommen musste Raschen Schrittes kam Derselbe der Halde entlang Begleitet vom handfesten Siegchrist Die heiße Sonne Und der steile Weg Hemmten die Schritte nicht Denn es galt Eine Seele zu retten Ein unendlich Unglück zu wenden Und von entferntem Kranken kommend Bangte der Priester Vor schrecklicher Säumnis Verzweifelt warf Christine Sich ihm in den Weg Umfasste seine Knie Bat um Lösung Aus ihrer Hölle Um das Opfer des Kindes Das noch kein Leben kenne Und die Spinne Schwoll noch höher auf Funkelte schrecklich schwarz In Christines Rot angelaufenem Gesicht Und mit grässlichen Blicken Glotzte sie nach Des Priesters Heiligen Geräten Und Zeichen Dieser aber Schob Christine Rasch zur Seite Und schlug das Heilige Zeichen Er sah den Feind wohl Aber er ließ den Kampf Um eine Seele zu retten Christine aber Fuhr auf Stürmte ihm nach Und versuchte Das Äußerste Doch das sie Christenstarke Hand Hielt das wütende Weib vom Priester ab Und zur Zeit noch Konnte er das Haus schützen In geweihte Hände Das Kind empfangen Und in die Hände dessen legen Den die Hölle Nie überwältigt Draußen hatte unterdessen Christine Einen schrecklichen Kampf gekämpft Sie wollte das Kind Ungetauft in ihre Hände Wollte hinein ins Haus Aber starke Männer Wehrten es Windstöße stießen an das Haus Der fahle Blitz Umzüngelte es Aber die Hand des Herren War über ihm Es wurde das Kind getauft Und Christine umkreiste Vergeblich und machtlos Das Haus Von immer wilderer Höllenqual ergriffen Stieß sie Töne aus Die Nichttönen glichen Aus einer Menschenbrust Das Vieh Schlotterte in den Stellen Und riß von den Stricken Die Eichen im Walde Rauschten auf Sich entsetzend Im Hause begann der Jubel Über den neuen Sieg Des grünen Ohnmacht Seiner Helfershelferin Vergeblich ringen Aber draußen Lag Christine Von entsetzlicher Pein Zu Boden geworfen Und in ihrem Gesicht Begannen Wehen zu kreisen Wie sie sonst noch Keine Wöchnerin erfahren Auf Erden Und die Spinne Im Gesicht Schwoll immer höher auf Und brannte immer glühender Durch ihr Gebein Da war es Christine Als ob plötzlich Das Gesicht ihr platzte Als ob glühende Kohlen Geboren würden In demselben Lebendig würden Ihr Gramselten Über das Gesicht weg Über alle Glieder weg Als ob alles An ihm lebendig würde Und glühend Gramsle Über den ganzen Leib weg Da sah sie In des Blitzes Fahlem Scheine Langbeinig Giftig Unzählbar Schwarze Spindchen Laufen Über ihre Glieder Hinaus in die Nacht Und den Entschwundenen Liefen langbeinig Giftig Unzählbar Anderen nach Endlich Sah sie keine mehr Den früheren Folgen Der Brand Im Gesichte Legte sich Die Spinne Ließ sich nieder Wart zum fast Unsichtbaren Punkte wieder Schaute mit erlöschenden Augen Ihrer Höllenbrut nach Die sie geboren hatte Und ausgesandt Zum Zeichen Wie der Grüne Mit sich spaßen lasse Matt Einer Wöchnerin gleich Schlich Christine Nach Hause Wenn schon die Glut So heiß nicht mehr Brannte auf dem Gesicht Die Glut im Herzen Hatte nicht abgenommen Wenn schon die matten Glieder Nach Ruhe sich sehnten Der Grüne Ließ ihr keine Ruhe mehr Wen er einmal hat Dem macht er es so Drinnen im Hause aber Da jubelten sie Und freuten sich Und hörten lange nicht Wie das Vieh brüllte Und tobte im Stalle Endlich fuhren sie doch auf Man ging nachzusehen Schreckensblass kamen die Wieder die gegangen waren Und brachten die Kunde Die schönste Kuh liege tot Die übrigen Tobten und wüteten Wie sie es nie gesehen Da sei es nicht richtig Etwas absonderliches Walte da Da verstummte der Jubel Alles lief nach dem Vieh Dessen Gebrüll erscholl Über Berg und Tal Aber keiner hatte Rat Gegen den Zauber Versuchte man weltliche Und geistliche Künste Aber alle umsonst Ehe noch der Tag raute Hatte der Tod Das sämtliche Vieh Im Stalle gestreckt Wie es aber hier Stumm wurde So begann es hier zu brüllen Und dort zu brüllen Die das Wahren hörten Wie in ihre Stelle Die Not gebrochen Wehlich das Vieh Seine Meister zu Hilfe rief In seiner grausen Angst Als ob die Flamme Aus ihrem Dache schlüge Eilten sie heim Aber Hilfe Brachten sie keine Hier wie dort Streckte der Tod Das Vieh Wehgeschrei von Menschen Und Tieren Erfüllte Berge und Täler Und die Sonne Welche das Tal So fröhlich verlassen Sah in entsetzlichen Jammer hinein Als die Sonne schien Sahen endlich die Menschen Wie es in den Stellen In denen das Vieh Gefallen war Wimmelte von Zahllosen Schwarzen Spinnen Diese krochen Über das Vieh Das Futter Und was sie berührten War vergiftet Und was lebendig war Begann zu toben Wart bald vom Tode gestreckt Von diesen Spinnen Konnte man kein Stall In dem sie waren Säubern Es war Als wüchsen sie Aus dem Boden herauf Konnte kein Stall In dem sie noch Nicht waren Vor ihnen behüten Unversehens Krochen sie Aus allen Wänden Vielen haufenweise Von der Diele Man trieb das Vieh Auf die Weiden Man trieb es nur Dem Tode in den Rachen Denn wie eine Kuh Auf eine Weide Den Fuß setzte So begann es Lebendig zu werden Am Boden Schwarze Langbeinige Spinnen Sprosten auf Schreckliche Alpenblumen Krochen auf dem Vieh Und ein fürchterlich Wehlich Geschrei Erscholl Von den Bergen Nieder zu Tale Und alle diese Spinnen Sahen der Spinne Auf Christines Gesicht Ähnlich Wie Kinder Der Mutter Und solche Hatte man noch Keine gesehen Das Geschrei Der armen Tiere War auch zum Schlosse gedrungen Und bald Kamen ihm auch Hirten nach Verkündend Dass ihr Vieh Gefallen Von den giftigen Tieren Und den immer Höheren Zorne Vernahm der Von Stoffeln Wie Herde Um Herde Verloren gegangen Vernahm Welchen Pacht Man mit dem Grünen gehabt Wie man ihn Zum zweiten Male betrogen Und wie die Spinnen Ähnlich seien Wie Kinder Der Mutter Der Spinne In der Lindauerin Gesicht Die mit dem Grünen Den Bund Gemacht Alleine Und nie Rechten Bericht Darüber Gegeben Da ritt Er von Stoffeln In grimmen Zorn Den Berg Hinauf Und donnerte Die Armen An Dass er nicht Um ihret Willen Herde Und Herde Verlieren Wolle Was er Geschädigt Wollen Müssten sie Ersetzen Und was sie Versprochen Das Müssten sie Halten Was sie Freiwillig Getan Das Müssten sie Tragen Schaden Leiden Ihretwegen Wolle er Nicht Oder leide Er So Müssten sie In Büßen Tausendfältig Sie Könnten Sich Vorsehen So Redete Er Zu Ihnen Unbekümmert Um Das Was Er Ihnen Zumutete Und Dass Er Sie Dazu Getrieben Fiel Ihm Nicht Bei Nur Was Sie Getan Rechnete Er Ihnen Zu Den Meisten War Es Schon Aufgedämmert Dass Die Spinnen Eine Plage Des Bösen Seien Eine Mahnung Den Pacht Zu Halten Und Dass Christine Näheres Darum Wissen Müsste Ihnen Nicht Alles Gesagt Hätte Was Sie Mit Dem Grünen Verhandelt Nun Zitterten Sie Wieder Vor Dem Grünen Lachten Seiner Nicht Mehr Zitterten Vor Ihrem Weltlichen Herren Wenn Sie Diese Befriedigten Was Sagte Der Geistliche Herr Dazu Erlaubte Er Es Und Hätte Dann Der Keine Buße Für Sie So In Der Angst Versammelten Sich Die Angesehensten In Einsamer Scheuer Und Christine Musste Kommen Und Klaren Bescheid Geben Was Sie Eigentlich Verhandelt Christine Kam Verwildert Rachedurstig Aufs Neue Von der Wachsenden Spinne Gefoltert Als Sie Das Zagen Der Männer Sah Und Keine Weiber Da Erzählte Sie Punkt Um Was Ihr Begegnet Wie Der Grüne Sie Schnell Beim Worte Genommen Und Ihr Zum Fande Einen Kuss Gegeben Den Sie Nicht Mehr Geachtet Als Andere Wie Ihr Jetzt Auf Selbigen Fleck Die Spinne Gewachsen Sei Unter Höllen Pein Vom Augenblick An Als Man Das Erste Kind Getauft Wie Die Spinne Eben Als Man Das Zweite Kind Getauft Und Den Grünen Genaht Unter Höllen Wehen Die Spinnen Geboren In Ungemessener Zahl Denn Narren Lasse Er Sich Nicht Ungestraft Wie Sie Es Fühle In Meere Sich Und Wenn Das Nächste Kind Nicht Des Grünen Werde So Wisse Niemand Wie Grässlich Die Einbrechende Plage Sei Wie Grässlich Des Ritters Rache So Erzählte Christine Und Die Herzen Der Männer Bebten Und Lange Wollte Keiner Reden Nach Und Nach Kamen Aus Den Angst Gepressten Kehlen Abgebrochene Laute Hervor Und Wenn Man Sie Zusammensetzte So Meinten Sie Gerade Was Christine Meinte Aber Kein Einzelner Hatte Seine Einwilligung Gegeben In Ihren Rat Nur Einer Stund Auf Und Redete Kurz Und Deutlich Das Beste Schiene Ihm Christine Tot Zu Schlagen Sei Einmal Die Tot So Könnte Der Grüne An Die Tote Sich Halten Hätte Keine Handhabe Mehr An Den Lebendigen Da Lachte Christine Wild Auf Trat Ihm Unter Das Gesicht Und Ihr sei es Recht Aber Der Grüne Wolle Nicht Sie Sondern Ein Ungetauft Kind Und Wie Er Sie Gezeichnet Ebenso Gut Könne Er Die Hand Zeichnen Die An Ihr Sich Vergreife Da Zuckte Es In Des Mannes Hand Der Allein Geredet Er Setzte Sich Und Hörte Schweigend Dem Rate Der Andern Und Abgebrochen Wo Keiner Alles Sagte Sondern Jeder Nur Etwas Das Wenig Bedeuten Sollte Kann Man Überein Das Nächste Kind Zu Opfern Aber Keiner Wollte Seine Hand Bieten Dazu Niemand Das Kind An Den Kirchstalden Tragen Wo Man Die Buchen Hingelegt Hatte Zum Allgemeinen Besten Wie Sie Meinten Den Teufel Zu Brauchen Hatte Keiner Sich Gescheut Aber Persönliche Bekanntschaft Mit Das Zweite Mal Wenig Mehr Schaden Man Wußte Wohl Wer Das Nächste Kind Gebären Sollte Aber Man Redete Nichts Davon Und Der Vater Desselben War Nicht So Gegen Verständigt Mit Und Ohne Worte Ging Man Auseinander Das Junge Weib Welches In Jener Grauenvollen Nacht Wo Christine Bericht Vom Grünen Brachte Gezagert Und Geweinet Hatte Es Wußte Damals Nicht Warum Erwartete Nun Das Nächste Kind Die Frühern Vorgänge Machten Es Nicht Getrost Und Zuversichtlich Eine Unnennbare Angst Lag Auf Seinem Herzen Es Konnte Sie Weder Mit Beten Noch Beichten Weg Bringen Ein Verdächtiges Schweigen Schien Es Zu Umringen Niemand Sprach Von Der Spinne Mehr Verdächtig Schienen Ihm Alle Augen Die Auf Ihm Ruten Schienen Ihm Zu Berechnen Die Stunde In welcher Sie Seines Kindes Habhaft Werden Den Teufel Versöhnen Könnten So Einsam Und Verlassen Fühlte Es Sich Gegen Die Unheimliche Macht Um Sich Keinen Beistand Hatte Es Als Seine Schwiegermutter Eine Fromme Frau Die Zu Ihm Stund Aber Was Vermag Eine Alte Frau Gegen Eine Wilde Menge Es Hatte Seinen Mann Der Hatte Alles Vieh Und Gedachte So Wenig Des Armen Weibes Angst Es Hatte Der Priester Verheißen Zu Kommen So Schnell Und So Früh Zu Kommen Als Man Ihn Verlange Aber Was Konnte Begegnen Vom Augenblicke An Da Man Gesandt Bis Dass Er Kam Und Das Arme Weib Hatte Keinen Zuverlässigen Boten Als Den Eigenen Mann Der Ihm Schutz Und Wache Seien Sollte Und Das Arme Weibchen Wohnte Dazu Noch Mit Christine In Einem Hause Und Ihre Männer Waren Brüder Und Keine Eigenen Verwandten Hatte Es Als Weise War Es Ins Haus Gekommen Man Kann Sich Des Armen Weibes Herzens Angst Denken Nur Im Beten Mit Der Frommen Mutter Fand Es Einiges Vertrauen Das Allso Bald Widerschwand Sobald Es In Die Bösen Augen Sah Unterdessen War Die Krankheit Noch Immer Da Sie Unterhielt Den Schrecken Freilich Nur Hier Und Da Fiel Ein Stück Zeigten Die Spinnen Sich Aber Sobald Bei Jemand Der Schreck Nach Lies Sobald Irgendeiner Dachte Oder Sagte Das Übel Lasse Von Selbst Nach Und Man Solle Sich Wohl Bedenken Ehe Man An Einem Kinde Sich Versündige So Flammte Auf Christines Höllen Pein Die Spinne Blähte Sich Hoch Auf Und Dem Der So Gedacht Oder Geredet Kehrte Mit Neuer Wut Der Tod In Seine Herde Ein Ja Je Näher Die Erwartete Stunde Kam Umso Mehr Schien Die Not Wieder Zuzunehmen Und Sie Erkannten Dass Sie Bestimmte Abrede Treffen Müssten Wie Sie Des Kindes Sicher Und Sonder Fehl Sich Bemächtigen Könnten Den Mann Fürchteten Sie Am Meisten Und Gewalt Gegen Ihn Zu Brauchen War Ihn Zu Wider Da Übernahm Christine Ihn Zu Gewinnen Und Sie Gewann Ihn Er Wollte Um Die Sache Nicht Wissen Wollte Seinem Weibe Zu Willen Sein Den Priester Holen Aber Nicht Eilen Und Was In Seiner Abwesenheit Vorgehe Danach Wolle Er Nicht Fragen So Fand Er Sich Mit Seinem Gewissen Ab Mit Gott Wollte Er Sich Durch Messen Abfinden Und Für Des Armen Kindes Seele Sei Vielleicht Auch Noch Etwas Zu Tun Dachte Er Vielleicht Gewinne Der Fromme Priester Es Dem Teufel Wieder Ab Dann Seien Sie Aus Dem Handel Hätten Das Ihre Getan Und Den Bösen Doch Geprellt So Dachte Der Mann Und Jedenfalls Es Möge Nun Gehen Wie Es Wolle So Hätte Er An Sei So War Das Arme Weibchen Verkauft Und Es Wußte Nicht Hoffte Mit Bangen Auf Rettung Und Beschlossen Im Rat Der Menschen War Der Stoß In Sein Herz Aber Was Der Drogen Beschlossen Hatte Das Deckten Noch Die Wolken Die Vor Der Zukunft Liegen Es War Ein Gewitterhaftes Jahr Und Die Ernte Gekommen Alle Kräfte Wurden Angespannt Um In Den Heiteren Stunden Es War Ein Heißer Nachmittag Gekommen Schwarze Häupter Streckten Die Wolken Über Die Dunklen Berge Empor Ängstlich Ums Dach Flatterten Die Schwalben Und Dem Armen Weibchen Wart Es So Eng Und Bang Allein Im Hause Denn Selbst Die Großmutter War Draußen Auf Dem Acker Zu Helfen Mit Dem Willen Mehr Als Mit Der Tat Da Zuckte Zweischneidend Der Schmerz Ihm Durch Mark Und Bein Es Dunkelte Vor Seinen Augen Es Fühlte Das Nahen Seiner Stunde Und War Allein Die Angst Trieb Es Aus Dem Hause Schwerfällig Schritt Es Dem Acker Zu Aber Bald Musste Es Sich Niedersetzen Es Wollte In Die Ferne Die Stimme Schicken Aber Diese Wollte Nicht Aus Der Beklemmten Brust Bei Ihm War Ein Klein Bübchen Das Er Noch Auf Eigenen Beinen Auf Dem Acker Gewesen War Sondern Nur Auf Der Mutter Arme Dieses Bübchen Musste Das Arme Weib Als Seinen Boten Brauchen Wußte Nicht Ob Es Den Acker Finden Ob Seine Beinchen Es Bis Dahin Tragen Würden Aber Das Treue Bübchen Sah In Welcher Angst Die Mutter War Und Lief Und Fiel Und Stand Wieder Auf Und Die Katze Jagte Sein Kaninchen Tauben Und Hühner Liefen Ihm Um Die Füße Stoßend Und Spielend Sprang Sein Lamm Ihm Nach Aber Das Bübchen Sah Alles Nicht Lies Sich Nicht Säumen Und Richtete Treulich Seine Botschaft Aus Atemlos Erschien Die Großmutter Aber Der Mann Säumte Nur Das Fuder Solle Er Noch Ausladen Hieß Es Eine Ewigkeit Verstrich Endlich Kam Er Und Wiederum Verstrich Eine Ewigkeit Endlich Ging Er Langsam Auf Den Langen Weg Und In Todesangst Fühlte Das Arme Weib Wie Seine Stunde Schneller Und Schneller Nahte Frohlockend Hatte Christine Draußen Auf Dem Acker Allem Zugesehen Heiß Brannte Wohl Die Sonne Zu Der Schweren Arbeit Aber Die Spinne Brannte Fast Gar Nicht Mehr Und Leicht Schien Ihr Und Eilte Mit Dem Heimgehen Nicht Wußte Sie Doch Wie Langsam Der Bote War Erst Als Die Letzte Gabe Geladen War Und Windstöße Das Nahende Gewitter Verkündeten Eilte Christine ihrer Beute Zu Die Ihr Gesichert War So Meinte Sie Und Als Sie Heimging Da Winkte Sie Bedeutungsvoll Manchem Begegnenden Sie Nickten Ihr Zu Trugen Rasch Die Botschaft Heim Da Schlotterte Manches Knie Und Manche Seele Wollte Beten In Unwillkürlicher Angst Aber Sie Konnte Nicht Drinnen Im Stübchen Wimmerte Das Arme Weib Und Zu Ewigkeiten Wurden Die Minuten Und Mochte Den Jammer Nicht Zu Stillen Mit Beten Und Trösten Sie Hatte Das Stübchen Wohl Verschlossen Und Schweres Gerät Vor Die Türe Gestellt Solange Sie Allein Im Hause Waren War Es Noch Nicht Schlimm Aber Als Sie Christine Heimkommen Sahen Als Sie Ihren Schleichenden Tritt An Der Türe Hörten Als Sie Draußen Noch Manch Anderen Tritt Hörten Und Heimlich Flüstern Näher Der Sonst So Ersehnte Augenblick Trat Da Kann Man Sich Denken In Welcher Angst Die Armen Weiber Schwammen Wie In Siedendem Öl Ohne Hilfe Und Ohne Hoffnung Sie Hörten Wie Christine Nicht Von Der Tür Wich Es Fühlte Das Arme Weib Seiner Wilden Schwägerin Feurige Augen Durch Die Tür Hindurch Und Sie Branden Sie Durch Leib Und Seele Da Wimmerte Das Erste Lebenszeichen Eines Kindes Durch Die Türe Unterdrückt So Schnell Wie Möglich Aber Zu Spät Die Türe Flog Auf Von Wütendem Vorbereitetem Stoße Und Wie Auf Seinen Raub Der Tiger Stürzt Stürzt Christine Auf Die Arme Wöchnerin Die Alte Frau Die Dem Sturme Sich Entgegen Wirft Fällt Nieder In Heiliger Mutter Angst Rafft Die Wöchnerin Sich Auf Aber Grässlicher Schrei Bricht Aus Dem Herzen Der Mutter Dann Hüllt Sie In Schwarzen Schatten Die Ohnmacht Zagen Und Grausen Ergriff Die Männer Als Christine Mit Dem Geraubten Kinde Heraus Kam Das Ahnen Einer Grausen Zukunft Ging Ihnen Auf Aber Keiner Hatte Mut Die Tat Zu Hemmen Und Die Furcht Vor Des Teufels Plagen War Stärker Als Die Furcht Vor Gott Nur Christine Überstandenem Kampfe Es War Ihr Als Ob Die Spinne Sie In Sanften Jucken Liebkose Die Blitze Die Auf Ihrem Wege Zum Kirchstalden Sie Umzüngelten Schienen Ihr Fröhliche Lichter Der Donner Ein Zärtlich Grollen Ein Lieblich Säuseln Der Rache Schnaubende Sturm Hans Der Arme Weibes Mann Hatte Sein Versprechen Nur Zu Gut Gehalten Langsam War Er Seines Weges Gegangen Hatte Bedächtig Jeden Acker Beschauert Jedem Vogel Nachgesehen Den Fischen Im Bache Abgewartet Wie Sie Sprangen Und Mücken Fingen Vor Dem Einbrechenden Gewitter Dann Sprang Er Vorwärts Rasche Schritte Tat Er Einen Ansatz Zum Springen Nahm Er Es War Etwas In Ihm Das Ihm Trieb Das Ihm Die Haare Auf Dem Kopfe Emport Trieb Es War Das Gewissen Das Ihm Sagte Was Ein Vater Verdiene Der Weib Und Kind Verrate Es War Die Liebe Die Er Doch Noch Hatte Zu Seinem Weib Und Seiner Leibes Frucht Aber Dann Hielt Ihn Wieder Ein Anderes Und Das War Stärker Als Das Erste Es War Die Furcht Vor Den Menschen Die Furcht Vor Dem Teufel Und Die Liebe Zu Dem Was Dieser Ihm Nehmen Konnte Dann Ging Er Wieder Langsamer Langsam Wie Ein Mensch Der Seinen Letzten Gang Tut Der Zu Seiner Richtstätte Geht Vielleicht War Es Auch So Weiß Doch Gar Mancher Mensch Nicht Dass Er Den Letzten Gang Tut Wenn Er Es Wüßte Er Täti Ihn Nicht Oder Anders So War Es Spät Geworden Ehe Er Auf Sumis Wald Kam Schwarze Wolken Jagden Über Den Münneberg Her Schwere Tropfen Fielen Versenkten Im Staube Und Dumpf Begann Das Glöcklein Im Turme Die Menschen Zu Mahnen Dass Sie Denken Möchten An Gott Und Ihn Bitten Dass Er Sein Gewitter Nicht Zum Gerichte Werden Lasse Über Sie Vor Seinem Hause Stand Der Priester Zu Jeglichem Gange Gerüstet Damit Er Bereit Sei Wenn Sein Herr Der Über Seinem Haupt Daher Fuhr Zu Einem Sterbenden Oder Einem Brennenden Hause Oder Sonst Wohin Ihn Rufe Als Er Hans Kommen Sah Erkannte Er Den Ruf Zum Schweren Gange Schürzte Sein Gewand Und Sandte Botschaft Seinem Läutenden Sieg Christ Dass Er Sich Ablösen Lasse Am Glocken Strang Und Sich Einfinde Zu Seinem Begleit Unterdessen Stellte Er Hans Einen Labestrunk Vor So Wohltätig Nach Raschem Laufe In Schwüler Luft Dessen Hans Nicht Bedürftig War Aber Der Priester Ahnte Die Tücke Des Menschen Nicht Bedächtig Labte Sich Hans Zögernd Fand Er Sie Christ Sich Ein Und Nahm Gerne Teil An Dem Tränke Den Hans Ihm Bot Gerüstet Stand Vor Ihnen Der Priester Verschmähend Jeden Trank Den Er Zu Solchem Gang Und Kampf Nicht Ungerne Verletzte Er Die Rechte Des Gastes Aber Er Kannte Ein Recht Das Höher War Als Das Gastrecht Das Säumige Trinken Vor Ihm Zornig Durch Die Glieder Er Sei Fertig Sagte Er Endlich Ein Bekümmert Weib Harre Und Über Ihm Sei Eine Grauenvolle Untat Und Zwischen Das Weib Und Die Untat Müsste Er Stehen Mit Heiligen Waffen Darum Sollten Sie Löscht Da Sprach Hans Des Harrenden Weibes Mann Es Eile Nicht So Sehr Bei Seinem Weibe Gehe Jede Sache Schwer Und Alsobald Flammte Ein Blitz In Die Stube Das Alle Geblendet Waren Und Ein Donner Brach Los Über m Haus Daß Jeder Pfosten Am Haus Jedes Glied Im Hause Bebte Da Sprach Sie Christ Als Er Seinen Segen Spruch Vollendet Höret Wie es Macht Draußen Und Der Himmel Hat Selbst Bestätigt Was Hans Gesagt Dass Wir Warten Sollen Und Was Nütze Es Wenn Wir Gingen Lebendig Kämen Wir Doch Nimmer Hinauf Und Er Selbst Hat Ja Gesagt Dass Es Bei Seinem Weibe Nicht Solche Eile Habe Und Allerdings Stürmte Ein Gewitterter Heer Wie Man In Menschengedenken Nicht Oft Erlebt Aus Allen Schlünden Und Gründen Stürmte Es Heran Stürmte Von Allen Seiten Von Allen Winden Getrieben Über Sumis Wald Zusammen Und Jede Wolke War Zum Kriegs Heer Und Eine Wolke Stürmte An Die Andere Eine Wolke Wollte Der Anderen Leben Und Eine Wolkenschlacht Begann Und Das Gewitter Stund Und Blitz Auf Blitz Wart Entbunden Und Blitz Auf Blitz Schlug Zur Erde Nieder Als Ob Sie Sich Einen Durchgang Bahnen Wollten Durch Der Erde Mitte Auf Der Erde Andere Seite Ohne Unterlass Brüllte Der Donner Zornesvoll Heulte Der Sturm Geborsten War Der Wolken Schoß Fluten Stürzten Nieder Als So Plötzlich Und Gewaltig Die Wolkenschlacht Losbrach Da Hatte Der Priester Dem Sie Christen Nicht Geantwortet Aber Sich Nicht Nieder Gesetzt Und Ein Immer Steigendes Bangen Ergriff ihn Ein Drang Kam ihn An Sich Hinausz Stürzen In Der Elemente Toben Aber Seiner Gefährten Wegen Zauderte Er Da Wart Ihm Als Höre Er Durch Des Donners Schreckliche Stimme Eines Weibes Mark Durchschneidenden Weher Ruf Da Wart Im Plötzlich Der Donner Zu Gottes Schrecklichem Schellt Wort Seiner Säumnis Er Machte Sich Auf Was Auch Die Beiden Andern Sagen Mochten Er Schritt Gefasst Auf Alles Hinaus In Die Feurigen Wetter In Des Sturmes Wut Der Wolken Fluten Langsam Unwillig Kamen Die Beiden Nach Es Sauste Und Brauste Und Tosete Als Sollten Diese Töne Zusammenschmelzen Zur Letzten Prosaune Die Der Welten Untergang Verkündet Und Feurige Gaben Fielen Über Das Dorf Als Solle Jede Hütte Auf Flammen Aber Der Diener Dessen Der Dem Donner Seine Stimme Gibt Und Den Blitz Zu Seinem Knechte Hat Hat Sich Vor Diesem Mit Knecht Des Gleichen Herren Nicht Zu Fürchten Und Wer Auf Gottes Wegen Geht Kann Getrost Gottes Wettern Das Seine Überlassen Darum Schritt Der Priester Unerschrocken Durch Die Wetter Dem Kirchstalden Zu Die Geweihten Heiligen Waffen Trug Er Bei Sich Und Bei Gott War Sein Herz Aber Nicht In Gleichem Mute Folgten Ihm Die Anderen Denn Nicht Am Gleichen Orte War Ihr Herz Sie Wollten Nicht Den Kirchstalden Ab Nicht In Solchem Wetter Nicht In Später Nacht Und Hans Hatte Noch Einen Besondern Grund Warum Er Nicht Wollte Sie Baten Den Priester Umzukehren Auf Anderen Wegen Zu Gehen Hans Wußte Nähere Der Sie Christ Bessere Beide Warnten Vor Den Wassern Im Tale Der Aufgeschwollenen Grüne Aber Der Priester Hörte Nicht Achtete Ihre Rede Nicht Von Einem Wunderbaren Drange Getrieben Eilte Er Auf Den Flügeln Des Gebetes Dem Kirchstalden Zu Sein Fuß Stieß An Keinen Stein Sein Auge Wart Durch Keinen Blitz Geblendet Bebend Und Weit Priester Selbst Trug Folgten Hans Und Der Sie Christ Ihm Nach Als Sie Aber Hinaus Kamen Vor Das Dorf Wo Ins Tal Hinunter Der Steil Und Sich Senkt Da Steht Der Priester Plötzlich Still Und Schirmt Mit Der Hand Die Augen Unterhalb Der Kapelle Schimmert In Des Blitzes Schein Eine Rote Feder Und Des Priesters Scharfes Auge Sieht Aus Grünem Hang Hervorragen Und Wie Er Noch Länger Schaut Sieht Er Am Jenseitigen Abhange In Schnellstem Laufe Wie Gejagt Von Des Windes Wildestem Stoße Der Heer Fliegen Eine Wilde Gestalt Dem Dunklen Haupte Zu Auf Dem Einer Fahne Gleich Die Rote Feder Schwankte Da Loderte Im Priester Auf Der Heilige Kampfes Drang Der Sobald Sie Den Bösen Ahnen Über Die Kümpt Die Gottgeweihten Herzens Sind Wie Der Trieb Über Das Samenkorn Kümpt Wenn Das Leben In Es Dringt Wie Er In Die Blume Dringt Wenn Sie Sich Entfalten Soll Wie Er Über Den Helden Kümpt Wenn Sein Feind Das Schwert Erhebt Und Wie Der Lechzende In Des Stromes Kühle Flut Wie Der Held Zur Schlacht Stürzt Der Priester Den Stalden Nieder Stürzt Mittenhinein Schmettert Zwischen Sie Die Drei Höchsten Heiligen Namen Hält Das Heiligste Dem Grünen Ans Gesicht Sprengt Heiliges Wasser Über Das Kind Und Trifft Christine Zugleich Da Fährt Mit Fürchterlichem Wehegeheul Der Grüne Von Dannen Wie Ein Glut Roter Streifen Zuckte Er Dahin Bis Die Erde Ihn Verschlingt Vom Geweihten Wasser Berührt Schrumpft Mit Entsetzlich Zischen Christine Zusammen Wie Wolle Im Feuer Wie Kalk Im Wasser Schrumpft Zischend Flammensprühend Zusammen Bis Auf Die Schwarze Hoch Auf Geschwollene Grauenvolle Spinne In Ihrem Gesichte Schrumpft Mit Dieser Zusammen Zischt In Diese Hinein Und Diese Sitzt Nun Gift Strotzend Trotzig Mitten Auf Dem Kinde Und Sprüht Aus Ihren Augen Zornige Blitze Dem Priester Entgegen Dieser Sprengt Ihr Weihwasser Entgegen Es Tischt Wie Auf Heißem Steine Gewöhnliches Wasser Immer Größer Wird Die Spinne Streckt Immer Weiter Ihre Schwarzen Beine Aus Über Das Kind Glotzt Immer Giftiger Den Priester An Da Faßt Dieser In Feurigem Glaubensmut Nach Ihr Mit Kühner Hand Es Ist Als Wenn Er Griffe In Glühende Stacheln Hinein Aber Unerschüttert Greift Er Fest Schleudert Das Ungeziefer Weg Fast Das Kind Und Eilt Mit Ihm Der Mutter Zu Und Wie Sein Kampf Zu Ende War Stillte Sich Auch Der Kampf Der Wolken Sie Eilten Wieder In Ihre Dunklen Kammern Bald Flimmerte In Stillem Sternen Licht Das Tal In Dem Kurz Zuvor Die Wildeste Schlacht Getobt Und Fast Atemlos Eilte Der Priester In Das Haus In Doch War Die Mutter Noch Ohnmächtig Mit Dem Gellenden Schrei Hatte Sie Ihr Leben Fort Gesendet Neben ihr Saß Betend Die Alte Sie Traute Noch Auf Gott Dass Er Mächtiger Sei Als Der Teufel Böse Mit Dem Kinde Brachte Der Priester Der Mutter Auch Das Leben Zurück Als Sie Erwachend Das Kindlein Wiedersah Durchfloss Sie Eine Wonne Wie Sie Vaters Des Sohnes Und Des Heiligen Geistes Und Jetzt War Es Entrissen Des Teufels Gewalt Auf Immer Bis Es Sich Ihm Freiwillig Übergeben Wollte Aber Vordem Hütete Es Gott In Dessen Gewalt Jetzt Seine Seele Übergeben Wurden Während Der Leib Von Der Spinne Vergiftet Blieb Bald Schied Seine Seele Wieder Und Wie Mit Brandflecken War Das Leibchen Gezeichnet Die Die arme Mutter Weinte Wohl Aber Wo jeder Teil Wieder Dahin Geht Wo er Hingehöret Zu Gott Die Seele Zur Erde Der Leib Da Findet Sich Der Trost Ein Früher Dem Später Jenem Sobald Der Priester Sein Heilig Amt Verrichtet Hatte Begann Er Ein Seltsam Jucken Zu Fühlen In Hand Und Arm Womit Er Die Spinne Weggeschleudert Kleine Schwarze Flecken Sah Er Auf Der Hand Sichtbarlich Wurden Sie Größer Und Schwollen Auf Todesschauer Rieselte Ihm Durchs Herz Er Segnete Die Weiber Und Eilte Heim Die Heiligen Waffen Wollte Er Als Getreuer Streiter Wieder Dahin Bringen Wo Sie Hingehörten Damit Sie Einem Anderen Nach Ihm Zur Hand Seien Hoch Auf Schwoll Der Arm Schwarze Beulen Quollen Immer Höher Auf Er Kämpfte Mit Kirchstalden Kam Da Sah Hans Den Gottes Vergessenen Vater Von Dem Man Nicht Wußte Wo Er Geblieben Mitten Im Wege Auf Dem Rücken Liegen Hoch Geschwollen Und Brandschwarz War Sein Gesicht Und Mitten Auf Dem Selben Saß Groß Und Schwarz Und Grausig Die Spinne Als Der Pfarrer Kam Blähte Sie Sich Auf Giftig Bäumten Sich Die Haare Auf Ihrem Rücken Giftig Und Sie Sich Rüstet Zu einem Sprung In Ihres Todes Feindes Gesicht Da Begann Der Priester Einen Guten Spruch Und Hob Die Heiligen Waffen Und Die Spinne Schrag Zusammen Kroch Langbeinig Von Dem Schwarzen Gesichte Verlor Sich In Zischendem Grase Darauf Ging Der Pfarrer Vollensheim Stellte Das Allerheiligste An Seinen Ort Und Während Wilde Schmerzen Den Leib Zum Tode Rissen Harte In Süßem Frieden Seine Seele Ihres Gottes Für Den Sie Recht Gestritten In Kühnem Gottes Kampfe Und Lange Lies Gott Sie Nicht Harren Aber Solch Süßer Friede Der Still Des Herren Hart War Hinten Im Tal War Oben Auf Dem Bergen Nicht Von Dem Augenblicke An Als Christine Mit Dem Geraubten Kinde Den Berg Hinunter Gerannt War Dem Teufel Zu War Heilloser Schrecken In Alle Herzen Gefahren Während Dem Fürchterlichen Ungewitter Bebten Die Menschen In Den Schrecken Des Todes Denn Ihre Herzen Wußten Wohl Wenn Gottes Hand Vernichtend Über Sie Komme So Sei Es Mehr Als Wohl Verdient Als Das Gewitter Vorüber War Lief Die Kunde Von Haus Zu Haus Wie Der Pfarrer Das Kindlein Zurück Gebracht Und Getauft Aber Kein Hans Keine Christine Gesehen Wurden Der Grauende Morgen Fand Lauter Bleiche Gesichter Und Die Schöne Sonne Färbte Sie Nicht Denn Alle Wußten Wohl Dass Nun Das Schrecklichste Kommen Werde Da Hörte Man Dass Mit Schwarzen Beulen Der Pfarrer Gestorben Man Fand Hans Mit Schrecklichem Gesichte Und Von Der Grässlichen Spinne In Die Christine Verwandelt Wurden Hörte Man Seltsam Verwirrte Worte Es War Ein Schöner Erntetag Aber Keine Hand Rührte Sich Zur Arbeit Die Leute Liefen Zusammen Wie Man Es Pflegt Am Tage Nach Dem Tage An Welchem Ein Großes Unglück Begegnet Ist Sie Fühlten Erst Jetzt In Ihrem Bebenden Seelen So Recht Was Es Heiße Von Irdischer Not Und Plage Mit Einer Unsterblichen Seele Sich Los Kaufen Zu Wollen Fühlten Daß Ein Gott Im Himmel Sei Der Alles Unrecht Das Armen Kindern Die Sich Nicht Wehren Können Angetan Wird Fürchterlich Räche So Stunden Sie Beben Zusammen Und Jammerten Und Wer Bei Den Anderen War Der Durfte Nicht Mehr Heim Und Doch Waren Zank Und Streit Unter Ihnen Und Einer Gab Den Anderen Schuld Und Jeder Wollte Abgemahnet Und Gewarnet Haben Und Jeder Hatte Nichts Da Wieder Dass Strafe Die Schuldigen Treffe Sich Und Sein Haus Wollte Aber Jeder Ohne Strafe Wissen Und Wenn Sie In Diesem Schrecklichen Haaren Und Streiten Ein Neu Unschuldig Opfer Gewußt Hätten Es Wäre Keiner Gewesen Der Nicht An Denselben Gefreh Fällt In Der Hoffnung Sich Selbst Zu Retten Da Schrie Mitten Im Haufen Einer Entsetzlich Auf Es War Ihm Als Sei Er In Einen Glühenden Dorn Getreten Als Nagelmann Mit Glühendem Nagel Den Fuß An Den Boden Als Ströme Feuer Durch Das Mark Seiner Gebeine Der Haufen Fuhr Auseinander Und Alle Augen Sahen Nach Dem Fuße Gegen Den Die Hand Des Schreienden Fuhr Auf Dem Fuße Aber Saß Schwarz Und Groß Die Spinne Und Glotzte Giftig Zuerst Das Blut In Adern Der Atem In Der Brust Der Blick Im Auge Und Ruhig Und Schadenfroh Glotzte Die Spinne Umher Und Der Fuß War Schwarz Und Dem Leibe War's Als Kämpfe Zischend Und Wütend Feuer Mit Wasser Die Angst Sprengte Die Fesseln Des Schreckens Der Haufen Stob Auseinander Aber In Wunderbarer Schnelle Hat Die Spinne Ihren Ersten Sitz Verlassen Und Kroch Diesen Über Den Fuß Und Jenem An Die Ferse Und Glut Fuhr Durch Ihren Leib Und Ihr Grässlich Geschrei Jagte Die Fliehenden Noch Heftiger In Windeseile In Todesschrecken Wie das Gespenstige Wild Vor Der Wilden Jagd Stoben Sie Ihren Hütten Zu Und Jeder Meinte Hinter Sich Die Spinne Verrammelte Die Türe Und Hörte Doch Nicht Auf Zubeben In Unsäglicher Angst Und Einen Tag War Die Spinne Verschwunden Kein Neues Todes Geschrei Hörte Man Die Leute Mussten Die Verrammelten Häuser Verlassen Mussten Speise Suchen Fürs Vieh Und Sich Sie Taten Es Mit Todes Angst Denn Wo War Jetzt Die Spinne Und Konnte Sie Nicht Hier Sein Und Unversehens Auf Den Fuß Sich Setzen Und Wer Am Vorsichtsten Niedertrat Und Mit Den Augen Am Schärfsten Späte Der Sah Die Spinne Plötzlich Sitzend Auf Hand Oder Fuß Sie Lief Ihm Übers Gesicht Saß Schwarz Und Groß Ihm Auf Der Nase Und Glotzte Ihm In Die Augen Feurige Stacheln Wühlten Sich In Sein Gebein Der Brand Der Hölle Schlug Über Ihm Zusammen Bis Der Tod Ihn Streckte So War Die Spinne Bald Nirgends Bald Hier Bald Dort Bald Im Tale Unten Bald Auf Den Bergen Oben Sie Zischte Durchs Gras Sie Fiel Von Der Decke Sie Tauchte Aus Dem Boden Auf An Hellem Mittage Wenn Die Leute Um Ihr Habermus Saßen Erschien Sie Glotzend Unten Am Tisch Und Ehe Die Menschen Den Schrecken Gesprengt War Sie Allen Über Die Hände Gelaufen Saß Oben Am Sie Fiel Des Nachts Den Leuten Ins Gesicht Begegnete Ihnen Im Walde Suchte Sie Heim Im Stalle Die Menschen Konnten Sie Nicht Meiden Sie War Nirgends Und Allenthalben Konnten Im Wachen Vor Ihr Sich Nicht Schützen Waren Schlafend Vor Ihr Nicht Sicher Wenn Sie Am Sichersten Sich Wähnten Unterm Freien Himmel Auf Eines Baumes Gipfel So Groch Feuer Ihnen Den Rücken Auf Die Axel Das Kind In der Wiege Den Greis Auf Dem Sterbebette Schonte Sie Nicht Es War Ein Sterben Wie Man Noch Von Keinem Wußte Und Das Sterben Daran War Schrecklicher Als Man Es Je Erfahren Und Schrecklicher Noch Als Das Sterben War Die Namenlose Angst Vor Der Spinne Die Allenthalben War Und Nirgends Die Wenn Man Am Sichersten Sich Wähnte Einem Tod Bringend Plötzlich In Die Augen Glotzte Die Kunde Von Diesem Schrecken War Natürlich Allso Bald Ins Schloss Gedrungen Und Hatte Auch Dorthin Schreck Und Streit Gebracht Soweit Er Bei Den Regeln Des Ordens Statt Finden Konnte Dem Von Stoffeln Macht Es Bange Dass Auch Sie Ebenso Heimgesucht Werden Möchten Wie Früher Ihr Vieh Und Der Verstorbene Priester Hatte Manches Geäußert Welches Ihm Jetzt Die Seele Aufrührte Er Hatte Ihm Manchmal Gesagt Dass Alles Leid Welches Er Den Bauern Antue Auf Ihn Zurück Fahre Aber Er Hatte Es Nie Geglaubt Weil Er Meinte Gott Werde Ein Unterschied Zu Machen Wissen Zwischen Einem Ritter Und einem Bauern Hätte Er Sie Doch Sonst Nicht So Verschieden Erschaffen Aber Jetzt Wart Ihm Doch Angst Es Strafe Ihrer Leichtfertigen Worte Wegen Die Ritter Aber Wollten Auch Nicht Schuld Sein Und Einer Schob Es Dem Andern Zu Und Wenn's Auch Keiner Sagte So Meinten Doch Alle Das Gehe Eigentlich Nur Den Von Stoffeln An Denn Wenn Man Es Recht Nehme So Sei Der An Allem Schuld Und Neben Diesen Sahen Sie Einen Jungen Polen Ritter An Der Hatte Eigentlich Die Am Meisten Gereizt Zum Neuen Bau Und Vermessenen Schatten Gange Der War Noch Sehr Jung Aber Der Wildeste Von Allen Und Wenn's Eine Vermessene Tat Galt So War Er Voran Er War Wie Ein Heide Und Fürchtete Weder Gott Noch Teufel Der Merkte Wohl Was Die Anderen Meinten Aber Ihm Nicht Sagen Durften Und Merkte Auch Ihre Heimliche Angst Darum Höhnte Er Sie Und Sag Wenn Sie Vor Einer Spinne Sich Fürchteten Was Sie Dann Gegen Drachen Machen Wollten Dann Wappnete Er Sich Gut Und Ritt Ins Tal Hinauf Sich Vermessend Nicht Zurück Kehren Zu Wollen Bis Sein Rost Die Spinne Zertreten Seine Faust Sie Zerdrückt Wilde Hunde Sprangen Um Ihn Her Der Falke Saß Ihm Auf Der Faust Am Sattel Hing Die Lanze Lustig Bäumte Sich Das Pferd Halb Schadenfroh Halb Ängstlich Sah Man Ihn Aus Dem Schloss Reiten Und Gedachte Der Nächtlichen Wachen Auf Berhegen Wo Die Kraft Der Weltlichen Waffen Gegen Diesen Feinde So Schlecht Sich Bewährt Hatte Er Ritt Am Saume Eines Tannenwaldes Dem Nächsten Gehöfte Zu Scharfen Auges Spähend Um Sich Und Über Sich Als Er Das Haus Er Blickte Leute Darum Rief Er Den Hunden Machte Das Haupt Des Falken Frei Lose Klirrte In Der Scheide Der Dolch Wie Der Falke Die Geblendeten Augen Zum Ritter Kehrte Seines Winkes Gegenwärtig Prallte Er Ab Der Faust Und Schoss In Die Luft Die Heraus Gesprungenen Hunde Heulten Auf Und Suchten Mit Dem Schweife Zwischen Den Beinen Das Weite Vergebens Ritt Und Rief Der Ritter Seine Tiere Sah Er Nicht Wieder Da Ritter Den Menschen Zu Wollte Kunde Einziehen Sie Stunden Ihm Bis Er Nahe Kam Da Schrien Sie Grässlich Auf Und Flohen In Wald Und Schlucht Denn Auf Des Ritters Helm Saß Schwarz In Übernatürlicher Größe Die Spinne Und Glotzte Giftig Und Schadenfroh Ins Land Was Er Suchte Das Trug Der Ritter Und Wußte Es Nicht In Glühendem Zorne Rief Und Ritt Er Den Menschen Nach Rief Immer Wütender Ritt Immer Toller Brüllte Immer Entsetzlicher Bis Er Und Sein Ross Über Eine Fluh Hinab Zu Tale Stürzten Dort Fand Man Helm Und Leib Und Durch Den Helm Hindurch Hatten Die Füße Der Spinne Sich Gebrannt Dem Ritter Bis Ins Gehirn Hinein Den Schrecklichen Brand Ihm Dort Entzündet Bis Er Den Tod Gefunden Da Kehrte Der Schreck Erst Recht Ein Entschloss Sie Schlossen Sich Ein Und Fühlten Sich Doch Nicht Sicher Sie Suchten Nach Geistigen Waffen Fanden Aber Lange Niemand Der Sie Zu Führen Wusste Und Er Zu Führen Wagte Endlich Ließ Sich Ein Ferner Pfaffe Locken Mit Geld Und Wort Er Kam Und Wollte Ausziehen Mit Heiligem Wasser Und Heiligen Sprüchen Gegen Den Bösen Feind Dazu Aber Stärkte Er Sich Nicht Mit Gebet Und Fasten Sondern Er Tafelte Des Morgens Früh Mit Den Rittern Zählte Die Becher Nicht Und Lebte Wohl An Hirsch Und Bär Dazwischen Redete Er Viel Von Seinen Geistigen Heldentaten Und Die Ritter Von Ihren Weltlichen Und Die Becher Zählte Man Sich Nicht Nach Und Die Spinne Vergaß Man Da Löschte Auf Einmal Alles Leben Aus Die Hände Hielten Erstarrt Becher Oder Gabel Der Mund Blieb Offen Stier Waren Alle Augen Auf Einen Punkt Gerichtet Nur Der Von Stoffeln Trank Den Becher Leer Und Erzählte Von Einer Heldentat Im Heidenlande Aber Auf Seinem Kopfe Saß Groß Die Spinne Und Glotzte Um Den Ritter Tisch Aber Der Ritter Fühlte Sie Nicht Da Begann Die Glut Zu Strömen Durch Gehirn Und Blut Grässlich Schrie Er Auf Fuhr Mit Der Hand Nach Dem Kopfe Aber Die Spinne War Nicht Mehr Dort War In ihrer Schrecklichen Schnelle Den Rittern Allen Über ihre Gesichter Gelaufen Keiner Konnte Es Wehren Einer Nach Dem Andern Schrie Auf Von Glut Verzehrt Und Von Des Pfaffenglatze Nieder Glotzte Sie In Den Gräuel Hinein Und Mit Dem Becher Der Nicht Aus Seiner Hand Wollte Wollte Der Pfaffe Den Brand Löschen Der Loderte Vom Kopfe Herab Durch Mark Und Bein Aber Der Waffe Trotzte Die Spinne Und Glotzte Von Ihrem Throne Herab In den Gräuel Bis Blieben Nur Wenige Diener Verschont Die Nie Hohn Mit Den Bauern Getrieben Sie Erzählten Wie Schreckliches gegangen Das Gefühl Dass Den Rittern Ihr Recht Geschehen Tröstete Aber Die Bauern Nicht Der Schreck Wart Immer Größer Grässlicher Mancher Suchte Zu Fliehen Die Einen Wollten Das Tal Verlassen Aber Gerade Die Fielen Der Spinne Zu Auf Dem Wege Fand Man Ihre Leichname Andere Flohen Auf Die Hohen Berge Aber Droben Vor Ihnen War Die Spinne Und Wenn Sie Sich Gerettet Glaubten So Saß Ihnen Die Spinne Im Nacken Oder Im Gesicht Das Untier Wart Immer Boshafter Immer Teuflischer Es Überraschte Nicht Mehr Unerwartet Brannte Nicht Mehr Unversehens Den Tod Ein Es Saß Vor Den Menschen Im Grase Hing Über Ihm Am Baume Glotzte Giftig Ihn An Dann Floh Der Mensch So weit Seine Füße In Trugen Und Stund Er Atemlos Stille So Saß Die Spinne Vor Ihm Und Glotzte Giftig Ihn An Floh Er Abermals Und Musste Er Abermals Die Schritte Hemmen So Saß Sie Wieder Vor Ihm Und Konnte Er Nicht Mehr Fliehen Dann Erst Korch Sie Langsam An Ihn Heran Und Gab Ihm Den Tod Er Versuchte Wohl Mancher In Der Verzweiflung Widerstand Und Ob Die Spinne Nicht Zu Töten Sei Warf Zentnerige Steine Auf Sie Wenn Sie Vor Ihm Im Grase Saß Schlug Mit Keulen Mit Beilen Nach Ihr Aber Alles Umsonst Der Schwerste Stein Erdrückte Sie Nicht Das Schärfste Beil Verletzte Sie Nicht Unversehens Saß Sie Dem Menschen Im Gesicht Unversehrt Groch Sie An Ihn Heran Flucht Widerstand Alles War Eitel Da Ging Alles Hoffen Aus Und Verzweiflung Füllte Das Tal Saß Auf Den Bergen Ein Einziges Haus Hatte Das Untier Bis Dahin Verschont Und War Nie In Dem Selben Erschienen Es War Das Haus In Welchem Christine Gewohnt Aus Welchem Sie Das Kindlein Geraubert Ihren eigenen Mann Hatte Sie Auf Einsamer Weide Angefallen Dort Fand Man Seinen Leichnam Grässlich Zugerichtet Wie Keinen Anderen Seine Züge Zerrissen In Unaussprechlichem Schmerze An Ihm Hatte Sie Ihren Grässlichsten Zorn Ausgelassen Das Grässlichste Wiedersehen Dem Ehemanne Bereitet Aber Wie Es Zuging Hatte Niemand Gesehen Zu Hause War Sie Noch Nicht Gekommen Ob Sie Scheute Davor Das Erriet Man Nicht Aber Nicht Weniger Als An Anderen Orten War Die Angst Eingekehrt Das Fromme Weibchen War Genesen Und Es Tagte Nicht Für Sich Aber Fast Sehr Um Sein Treues Bübchen Und Dessen Schwesterchen Und Wachte Über Sie Rettung Der Unschuldigen Kindlein Oft War Es Ihnen Wenn Sie So Wachten Lange Nächte Durch Als Sehen Sie Die Spinne Glimmen Und Glitzern In Dunklem Winkel Als Glotzte Sie Zum Fenster Herein Dann Wart Ihre Angst Groß Denn Sie Wussten Kein Rat Wie Vor Der Spinne Die Kindlein Schützen Und Umso Brünstiger Baten Sie Gott Um Seinen Rat Und Beistand Sie Hatten Allerlei Waffen Zur Hand Gelegt Aber Wie Sie Hörten Dass Der Stein Seine Schwere Das Beil Seine Schärfe Verliere Sie Wieder Beiseite Gelegt Da Kam Es Der Mutter Immer Deutlicher Vor Immer Lebendiger In Den Sinn Wenn Jemand Es Wagen Würde Die Spinne Mit Der Hand Zu Fassen So Vermöchte Man Sie Zu Überwältigen Sie Hörte Auch Von Leuten Die Als Der Stein Nichts Half Mit Der Hand Sie Um Der Durch Hand Und Arm Zuckte Tilgte Jede Kraft Und Brachte Den Tod Ins Herz Es Kam Ihr Auch Vor Zu Erdrucken Vermöchte Sie Die Spinne Nicht Aber Sie Erfassen Dürfte Sie Wohl Und So Viel Kraft Würde Ihr Gott Verleihen Dieselbe Irgendwo Hin Zu Tun Sie Unschädlich Zu Machen Sie Hatte Schon Oft Gehört Wie Kundige Männer Geister Eingesperrt Hätten In Ein Loch In Felsen Oder Holz Welches Sie Mit Einem Nagel Zuschlugen Und Solange Den Nagel Niemand Ausziehe Müsse Der Geist Gebannt Im Loche Sein Gleiches Zu Versuchen Drängte Der Geist Sie Immer Mehr Sie Bohrte Ein Loch In Den Fenster Pfosten Der Ihr Am Nächsten Lag Zur Rechten Hand Wenn Sie Bei Der Wiege Saß Rüstete Einen Zapfen Recht Und Betete Nun Tag Und Nacht Zu Gott Um Kraft Zur Tat Und Manchmal War Das Fleisch Stärker Als Der Geist Und Schwerer Schlaf Drückte Ihr Die Augen Zu Dann Sah Sie Im Traume Die Spinne Glotzend Auf Ihres Bübchens Goldenen Locken Dann Fuhr Sie Aus Dem Traume Fuhr Nach Des Bübchens Locken Dort Aber War Keine Spinne Ein Lächeln Saß Auf Seinem Gesichtchen Wie Kindlein Lächeln Wenn Sie Ihren Engel Im Traume Sehen Der Mutter Aber Glitzerten In Allen Ecken Der Spinne Giftiger Augen Und Auf Lange Wicht Der Schlaf Von Ihr So Hatte Sie Auch Einmal Nach Strengem Wachen Der Schlaf Überwältigt Und Dicht Umnachtete Er Sie Da War Es Ihr Als Stürze Der Fromme Priester Der In Der Rettung Ihres Kindleins Gestorben Herbei Aus Weiten Räumen Und Rufe Aus Der Ferne Her Weib Wache Auf Der Feind Ist Da Dreimal Rief Er So Und Erst Beim Dritten Male Rang Sie sich Los Aus Des Schlafes Engen Banden Aber Wie Sie Die Schweren Augen Lieder Mühsam Hob Sah Sie Langsam Gift Geschwollen Die Spinne Schreiten Übers Bettlein Hinauf Dem Gesichte Ihres Bübchens Zu Da Dachte Sie An Gott Und Griff Mit Rascher Hand Die Spinne Da Fuhren Feuerströme Von Derselben Aus Der Treuen Mutter Durch Hand Und Arm Bis Ins Herz hinein Aber Mutter Treue Und Mutter Liebe Drückten Die Hand Ihr Zu Und Zum Aushalten Gab Gott Die Kraft Unter Tausendfachen Todesschmerzen Drückte Sie Mit Der Einen Hand Die Spinne Ins Bereitete Loch Mit Der Andern Den Zapfen Davor Und Schlug Mit Dem Hammer Ihn Fest Drinnen Sauste Und Brauste Es Wie Wenn Mit Dem Meere Die Wirbel Winde Streiten Das Haus Wankte In Seinen Grundfesten Aber Fest Saß Der Zapfen Gefangen Blieb Die Spinne Die Treue Mutter Aber Freute Sich Noch Dass Sie Ihre Kindlein Gerettet Dankte Gott Für Seine Gnade Dann Starb Sie Auch Den Gleichen Tod Wie Alle Aber Ihre Mutter Treue Löschte Die Schmerzen Aus Und Die Engel Geleiteten Ihre Seele Zu Gottes Thron Wo Alle Helden Sind Die Ihr Leben Eingesetzt Für Andere Die Für Gott Und Die Iren Alles Gewagt Nun War Der Schwarze Tod Zu Ende Ruhe Und Leben Kehrten Ins Tal Zurück Die Schwarze Spinne Wart Nicht Mehr Gesehen Zur Selben Zeit Denn Sie Saß In Jenem Loche Gefangen Wo Sie Jetzt Noch Sitzt Als Die Leute Die Spinne Eingesperrt Wußten Sie Ihres Lebens Wieder Sicher Da Soll Es Ihnen Gewesen Sein Als Seien Sie Im Himmel Und Der Liebe Gott Mit Seiner Seligkeit Mitten Unter Ihnen Und Lange Ging Es Gut Sie Hielten Sich Zu Gott Und Flohen Den Teufel Und Auch Die Ritter Die Frisch Eingezogen Waren Ins Schloss Hatten Respekt Vor Gottes Hand Und Hielten Milde Die Menschen Und Halfen Ihnen Auf Dieses Haus Aber Betrachteten Alle Mit Ehrfurcht Fast Wie Eine Kirche Anfangs Schauderte Es Sie Freilich Wenn Sie Es Ansahen Den Kerker Der Schrecklichen Spinne Sahen Und Dachten Wie Leicht Sie Da Los Brechen Und Das Elend Von Anfangen Sei Als Die Des Teufels Und Aus Dank Gegen Die Mutter Die Für Alle Gestorben Halfen Sie Den Kindern Und Bebauten Ihnen Unentgeltlich Den Boden Bis Sie Ihn Selbst Bearbeiten Konnten Die Ritter Wollten Ihnen Bewilligen Ein Neues Haus Zu Bauen Damit Sie Vor Der Spinne Sich Nicht Zu Fürchten Hätten Oder Diese Durch Zufall Im Bewohnten Hause Los Komme Und Viele Nachbarn Werden Konnten Aber Die Alte Großmutter Wollte Es Nicht Tun Sie Lehrte Ihre Enkel Hier Sei Die Spinne Gebannt Durch Gott Vater Sohn Und Heiligen Geist Solange Diese Drei Heiligen Namen Gelten In Diesem Hause Solange In Diesen Drei Heiligen Namen An Diesem Tische Gegessen Und Getrunken Werde Solange Seien Sie Vor Der Spinne Sicher Und Diese Fest Im Loche Und Kein Zufall Mache Etwas An Der Sache Hier An Diesem Tische Hinter Ihnen Die Spinne Werden Sie Nie Vergessen Wie Nötig Ihnen Gott Und Wie Mächtig Er Sei So Mahne Sie Die Spinne An Gott Und Müsste Dem Teufel Zum Trotz Ihnen Zum Heil Werden Ließen Sie Aber Von Gott Und Wären Es 100 Stunden Von Da So Könnte Die Spinne Sie Finden Oder Der Teufel Selbst Da Fasten Die Kinder Und Blieben Im Hause Wuchsen Gottes Fürchtig Auf Und Über Dem Hause War Der Segen Des Herren Das Bübchen Welches So Treu An Der Mutter Gewesen So Treu Die Mutter An Ihm Wuchs Auf Zu einem Stadtlichen Manne Der Lieb War Gott Und Menschen Und Gnade Bei den Rittern Fand Darum Wart Er Auch Gesegnet Mit Zeitlichem Gut Und Vergaß Gott Nie Darup Wart Nie Geizig Damit Er Half Andern In ihren Nöten Wie Er Wünschte Dass Ihm Geholfen Werde In Der Letzten Not Und Wo Er Zu Schwach Zu Eigener Hilfe War Da Wart Er Ein Umso Kräftigerer Fürsprecher Bei Gott Und Menschen Er Wart Gesegnet Mit Einem Weisen Weibe Und Zwischen ihnen War Ein Unergründlicher Friede Darum Blühten Fromm Ihre Kinder Auf Und Beide Fanden Spät Einen Sanften Tod Seine Familie Blühte Fort In Gottes Furcht Und Recht Tun Ja Über Dem Ganzen Tale Lag Der Segen Gottes Und Glück War In Feld Und Stall Und Friede Unter den Menschen Die Schrecklichste Leere War Den Menschen Zu Herzen gegangen Sie Hielten Fest An Gott Was Sie Taten Taten Sie In Seinem Namen Und Wo Einer Dem Anderen Helfen Konnte Da Säumte Er Nicht Vom Schlosse Her Wart Ihnen Kein Übel Aber Viel Gutes Immer Weniger Ritter Wohnten Dort Denn Immer Härter Wart Der Streit Im Heidenlande Und Immer Nötiger Jede Hand Die Fechten Konnte Die Aber Welche Im Schlosse Waren Mahnten Täglich Die Große Totenhalle In Der Die Spinne Daß Gott Mit Gleicher Kraft Über Jedem Sei Der Von Ihm Abfalle Sei Er Bauer Oder Ritter So Schwanden Viele Jahre In Glück Und Segen Und Das Tal Wart Berühmt Vor Allen Anderen Stattlich Waren Ihre Häuser Groß Ihre Vorräte Manch Geldstück Rute Im Kasten Ihr Vieh War Das Schönste Zu Berg Und Tal Und Ihre Töchter Waren Berühmt Land Auf Land Ab Und Und Dieser Ruhm Dauerte Von Geschlecht Zu Geschlecht Denn In Der Gleichen Gottes Furcht Und Ehrbarkeit Wie Die Väter Lebten Auch Die Söhne Von Geschlecht Zu Geschlecht Aber Gerade In Den Birnbaum Der Am Flüssigsten Genährt Wird Am Stärksten Treibt Der Wurm Sich Bohrt Ihn Umfrisst Welken Lässt Und Tötet So Geschieht Es Dass Wo Gottes Segenstrom Am Reichsten Über Die Menschen Fließt Der Wurm In Den Segen Kommt So Wurden Nachdem Viele Geschlechter Dahingegangen Hochmut Und Hofart Heimisch Im Tale Fremde Weiber Brachten Und Mehrten Beides Die Kleider Wurden Hoffertiger Kleinode Sammern Glänzen Ja Selbst An Die Heiligen Zeichen Wagte Die Hofart Sich Und Statt Dass Ihre Herzen Während Dem Beten Inbrünstig Bei Gott Gewesen Wären Hingen Ihre Augen Hoffertig An den Goldenen Kugeln Ihres Rosenkranzes So Wart Ihr Gottesdienst Pracht Und Hofart Ihre Herzen Aber Hart Gegen Gott Und Menschen Um Gottes Gebete Bekümmerte Man Sich Nicht Seines Dienstes Seiner Diener Spottete Man Denn Wo Viel Hofart Ist Und Viel Geld Da Kümmt Gerne Der Wahn Dass Man Sein Gelüsten Für Weisheit Hält Und Diese Weisheit Höher Als Gottes Weisheit Wie Sie Früher Von Den Rittern Geplagt Worden Waren So Wurden Sie Jetzt Hart Gegen Das Gesinde Und Plagten Dieses Und Je Weniger Sie Selbst Arbeiteten Umso Mehr Muteten Sie Diesem Zu Und Je Mehr Sie Arbeit Von Knechten Und Mägden Forderten Umso Mehr Behandelten Sie Dieselben Wie Unvernünftiges Vieh Und Dass Diese Auch Seelen Hätten Die Zu Waren Seien Dachten Sie Nicht Wo Viel Geld Oder Viel Hof Hart Ist Da Fängt Das Bauen An Einer Schöner Als Der Andere Und Wie Früher Die Ritter Bauten So Bauten Jetzt Sie Und Wie Früher Die Ritter Sie Plagten So Schonten Sie Jetzt Weder Gesinde Noch Vieh Wenn Der Baut Teufel Über Sie Kam Dieser Wandel War Auch Über Dieses Haus Gekommen Während Der Alte Reichtum Geblieben War Fast 200 Jahre Waren Verflossen Seit Die Spinne Im Loche Gefangen Saß Da War Ein Schlau Und Kräftig Weib Hier Meister Sie War Keine Lindauerin Aber Doch Glich Sie Christine In Vielen Stücken Sie War Auch Aus Der Fremde Der Hof Hat Dem Hochmute Ergeben Und Hatte Einen Einzigen Sohn Der Mann War Unter Ihrer Meisterschaft Gestorben Dieser Sohn War Ein Schöner Bube Hatte Ein Gutes Gemüt War Freundlich Mit Mensch Und Vieh Sie Hatten Ihn Auch Gar Lieb Aber Sie Ließ Es Ihn Nicht Merken Sie Meisterte Ihn Jeden Schritt Und Tritt Und Keiner War Ihr Recht Den Sie Ihm Nicht Erlaubt Und Längst War Er 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 Und Endlich Alt Genug Glaubte Gab Sie Ihm Ein Weib Aus Ihrer Verwandtschaft Eins Nach Ihrem Sinn Jetzt Hatte Er Zwei Meister Statt Nur Einen Und Beide Waren Gleich Hochfertig Und Hochmütig Und Weil Sie Es Waren So Sollte Auch Christen Es Sein Und Wenn Er Freundlich War Und Demütig Wie Es Ihm Wohl Anstund So Er Wer Meister War Schon Lange War Das Alte Haus Ihnen Ein Dorn Im Auge Und Sie Schämten Sich Seiner Da Die Nachbarn Neue Häuser Hatten Und Auch Kaum So Reich Waren Als Sie Die Sage Von Der Spinne Und Was Die Großmutter Gesagt War Damals Noch In Jedermanns Gedächtnis Sonst Wäre Das Alte Haus Längst Schon Eingerissen Worden Aber Alle Währten Es Ihnen Sie Namen Aber Dieses Wären Immer Mehr Für Neid Der Ihnen Kein Neues Haus Gönne Zudem Wart Es Ihnen Immer Unheimeliger Im Alten Hause Wenn Sie Hier Am Tische Saßen So War Es Ihnen Entweder Als Schnurre Hinter Ihnen Behaglich Die Katze Oder Als Ginge Leise Das Loch Auf Und Die Spinne Ziele Nach Ihrem Nacken Ihnen Fehlte Der Sinn Der Das Loch Zum Machte Darum Fürchteten Sie Sie Einen Guten Grund Ein Neues Haus Zu Bauen In Dem Sie Die Spinne Nicht Zu Fürchten Hätten Wie Sie Meinten Alte Wollten Sie Dem Gesinde Überlassen Dass Ihre Hochfahrt Oft Im Wege War So Wurden Sie Rätig Christen Tat Es Sehr Ungerne Er Wußte Was Die Alte Großmutter Gesagt Und Glaubte Dass Der Familien Segen An Das Familien Haus Geknüpft Sei Es Ihm Er Könne Am Andächtigsten Beten Er Sagte Wie Er Es Meinte Aber Seine Weiber Hießen Ihn Schweigen Und Weil Er Ihr Knecht War So Schwieg Er Auch Weinte Aber Oft Bitterlich Wenn Sie Es Nicht Sahen In Hoffertiger Ungeduld Weil Sie Kein Verstand Vom Bauen Hatten Und Nicht Warten Mochten Bis Sie Mit Dem Neuen Hause Hochmütig Tun konnten Plagten Sie Beim Bauen Gesinde Und Vieh Übel Schonten Selbst Die Heiligen Feiertage Nicht Und Gönnten Ihnen Auch Des Nachts Nicht Ruhe Und Kein Nachbar War Der Ihnen Helfen Konnte Dass Sie Zufrieden Waren Dem Sie Nichts Böses Nachgewünscht Wenn Er Nach Unentgeltlicher Hilfe Wie Man Sie Schon Damals Einander Leistete Wieder Heim Ging Um Auch Zu Seiner Eigen Sache Es Aus Dem Loche Herauf Wie Nasses Stroh Wenn Man Es Anbrennen Will Da Schüttelten Die Werkleute Bedenklich Die Köpfe Und Sagten Es Heimlich Und Laut Dass Der Neue Bau Nicht Alt Werden Werde Aber Die Weiber Lachten Darüber Und Achteten Des Zeichens Sich Nicht Als Endlich Das Haus Erbaut War Zogen Sie Hinüber Richteten Sich Ein Mit Unerhörter Pracht Und Gaben Als Sogenannte Haus Reuki Eine Kilby Die Drei Tage Lang Dauerte Und Kind Und Kindeskinder Noch Davon Erzählten Im Ganzen Emmental Aber Während Allen Dreien Tagen Soll Man Im Ganzen Hause Einen Seltsamen Surren Gehört Haben Wie Das Einer Katze Welcher Es Behaglich Wird Weil Man Ihr Den Balg Streicht Doch Die Katze Von Welcher Es Kam Konnte Man Trotz aller Herrlichkeit Lief er Mitten Aus Dem Feste Nur Die Weiber Hörten Nichts Oder Achteten Sich Dessen Nicht Mit Dem Neuen Hause Meinten Sie Alles Gewonnen Ja Wer Blind Ist Seht Auch Die Sonne Nicht Und Wer Taub Ist Hört Auch Den Donner Nicht Darum Freuten Die Weiber Des Neuen Hauses Sich Wurden Alle Tage Hof Fertiger Dachten An Die Spinne Nicht Sondern Führten Im Neuen Hause Ein Üppiges Arbeitsloses Leben Mit Putzen Und Essen Kein Mensch Konnte Es Ihnen Treffen Und An Gott Dachten Sie Nicht Im Alten Hause Blieb Das Gesinde Allein Lebte Wie Es Wollte Und Wenn Christen Dasselbe Auch Unter Seine Aufsicht Haben Wollte So Duldeten Die Weiber Es Nicht Und Schalten Ihn Die Mutter Aus Hochmut Hauptsächlich Das Weib Aus Eifersucht Zumeist Daher War Drunten Keine Ordnung Und Bald Auch Keine Gottes Furcht Und Wo Kein Meister Ist Geht Es So Durch Weg Wenn Kein Meister Oben Am Tische Sitzt Kein Meister Im Hause Die Ohren Spitzt Kein Meister Draußen Und Drinnen Die Zügel Hält So Meint sich Bald Der Der Größte Welcher Am Wüstesten Tut Und Der Beste Welcher Die Ruchlosesten Reden Führt So Ging Es Zu Im Hause Trunten Und Das Sämtliche Gesinde Glich Bald Einem Rudel Katzen Wenn Sie Am Wüstesten Tun Von Beten Wusste Man Nichts Mehr Hatte Darum Weder Vor Gottes Willen Noch Vor Seinen Gaben Respekt Wie Die Hofahrt Der Meister Weiber Keine Grenzen Mehr Kannte So Hatte Der Tierische Übermut Des Tischweg Mit Den Löffeln Sich An Die Köpfe Ja Verunreinigte Vieh Ist Die Speise Um Boshaft Den Andern Die Lust Am Essen Zu Vertreiben Sie Neckten Die Nachbarn Quälten Das Vieh Höhnten Jeden Gottesdienst Leugneten Aller Höhere Gewalt Und Plagten Auf Alle Weise Den Priester Der Strafend Zu Ihnen Geredet Hatte Kurz Sie hatten Keine Furcht Mehr Vor Gott Und Knechte Und Mägde Und Doch Plagten Sie Einander Wie Nur Möglich Und Als Die Knechte Nicht Mehr Wussten Wie Sie Auf Neue Art Die Mägde Quälen Konnten Da Fiel Es Einem Ein Mit Der Spinne Im Loch Die Mägde Zu Schrecken Oder Zahm Zu Machen Er Schmiss Löffel Voll Habermus Oder Milch An Den Zapfen Und Schrie Die Drinnen Werde Wohl Hungrig Sein Weil Sie So Viel Hundert Jahre Nichts Gehabt Da Schrien Die Mägde Grässlich Auf Und Versprachen Alles Was Sie Konnten Und Selbst Den Anderen Knechten Graute Es Da Das Spiel Sich Ungestraft Wiederholte So Wirkte Es Nicht Mehr Die Mägde Schrien Nicht Mehr Versprachen Nichts Mehr Und Die Anderen Knechte Begannen Es Auch Zu Treiben Nun Fing Der An Mit Dem Messer Gegen Das Loch Zu Fahren Mit Den Grässlichsten Flüchen Sich Zu Vermessen Er Mache Den Zapfen Los Und Wolle Sehen Was Drinnen Sei Und Sie Müssten Einmal Auch Was Neues Sehen Das Weckte Neues Entsetzen Und Der Bursche Der Das Tat Wart Aller Meister Und Konnte Zwingen Was Er Wollte Besonders Bei Den Mägden Das Soll Aber Auch Ein Seltsamer Mensch Gewesen Sein Man Wußte Nicht Woher Er Kam Er Konnte Sanft Tun Wie Ein Lamm Und Reißend Wie Ein Wolf War Er Alleine Bei Einem Weibs Bilde So War Er Ein Sanftes Lamm Vor Der Gesellschaft Aber War Er Wie Ein Reißender Wolf Und Tat Als Ob Er Alle Hasste Als Ob Er Über Alles Aus Wolle Mit Wüsten Taten Und Worten Solche Sollten Den Weibs Bildern Aber Gerade Am Liebsten Sein Darum Entsetzten Sich Die Mägde Öffentlich Vor Ihm Sollen Ihn Aber Doch Wenn Sie Alleine Waren Am Liebsten Von Allen Gehabt Haben Er Hatte Ungleiche Augen Aber Man Wußte Nicht Von Welcher Farbe Und Beide Hasten Einander Sahen Nie Den Gleichen Weg Aber Unter Langem Augen Haar Und Demütigem Niedersehen Wußte Er Zu Verbergen Sein Haar War Schön Gelockt Aber Man Wußte Nicht War Es Rot Oder Falb Im Schatten War Es Das Schönste Flax Haar Schien Aber Die Sonne Darauf So Hatte Kein Eichhörnchen Einen Röteren Pelz Er Quälte Wie Keiner Das Vieh Dasselbe Hasste Ihn Auch Dernach Von Den Knechten Meinte Ein Jeder Er Sei Sein War Er Unter Allen Alleine Recht Er Alleine War Oft Im Oberen Haus Dann Taten Unten Die Mägde Wüst Sobald Er Es Merkte Steckte Er Sein Messer In Den Zapfen Und Begann Sein Drohen Bis Die Mägde Zu Kreuze Krochen Doch Behielt Dieses Spiel Auch Nicht Lange Seine Wirkung Die Mägde Wurden Es Gewohnt Und Sagten Endlich Tu Was Dieselbe Uns Weihet Dachten Sie Nicht Ein Lustiges Leben Hatten Sie Abgemacht In Derselben Im Schlosse Drunten Hauste Ein Alter Ritter Nur Und Der Bekümmerte Sich Wenig Mehr Ums Zeitliche Ein Schelmischer Vogt Verwaltete Alles Zu Seinem Eigenen Vorteil Um Ein Schelmstück Hatten Sie Diesem Edlen Ungar Wein Abgehandelt Neben Welchem Lande Die Ritter In Großem Streite Lagen Des Edlen Weines Kraft Und Feuer Kannten Sie Nicht Ein Fürchterliches Unwetter Kam Herauf Mit Blitz Und Sturm Wie Selten Sonst Um Diese Zeit Keinen Hund Hätte Man Unter Dem Ofen Hervorgejagt Zur Kirche Zu Gehen Hielt Es Sie Nicht Ab Sie Wären Bei Schönem Wetter Auch Nicht Gangen Hätten Den Meister Alleine Gehen Lassen Aber Es Hielt Andere Ab Sie Begannen Den Heiligen Abend Mit Fluchen Und Tanzen Mit Wüstern Und Ärgern Dingen Dann Setzten Sie Sich Zum Mahle Wozu Die Mägde Fleisch Gekocht Hatten Weißen Brei Und Was Sie Sonst Gutes Stehlen Konnten Da Wart Die Roheit Immer Grässlicher Sie Schändeten Alle Speisen Lästerten Alles Heilige Der Genannte Knecht Spottete Des Priesters Teilte Brot Aus Und Trank Seinen Wein Als Ob Er Die Messe Verwaltete Taufte Einen Hund Unterm Ofen Trieb Es Bis Es Angst Und Bange Den Andern Wurde Wie Ruchlos Sie Sonst Auch Waren Da Stach Er Mit Dem Messer Ins Loch Und Fluchte Er Wolle Ihnen Noch Ganz Andere Dinge Zeigen Als Sie Darob Nicht Erschrecken Wollten Weil Er Das Gleiche Schon Manchmal Getrieben Und Mit Dem Messer Gegen Zapfen Kaum Viel Abzubringen War So Griff Er In Halber Raserei Nach Einem Bohrer Vermaß Sich Aufs Schrecklichste Sie Sollten Es Erfahren Was Er Könne Büßen Ihr Lachen Dass Ihnen Die Haare Zu Berge Ständen Und Drehte Mit Wildem Stoße Den Bohrer In Den Zapfen Hinein Laut Aufschreiend Stürzten Alle Auf Ihn Zu Aber Ehe Jemand Es Hindern Konnte Lachte Er Wie Der Teufel Selbst Tat Einen Kräftigen Ruck Am Bohrer Da Bebte Von Ungeheurem Donnerschlag Das Ganze Haus Der Missetäter Stürzte Rücklings Nieder Ein Roter Glutstrom Brach Aus Dem Loche Hervor Und Mittendrin Saß Groß Und Schwarz Aufgeschwollen Im Gifte Von Jahrhunderten Die Spinne Und Glotzte In Giftiger Lust Über Die Steinert In Tödlicher Angst Kein Glied Bewegen Konnten Dem Schrecklichen Untier Zu Entrinnen Das Langsam Und Schadenfroh Ihnen Über Die Gesichter Kroch Ihnen Einimpfte Den Feurigen Tod Da Erbebte Das Haus Von Schrecklichem Wegeheul Wie Hundert Wölfe Es Nicht Auszustoßen Vermögen Wenn Der Hunger Sie Peinigt Und Bald Er Scholl Ein Ähnliches Wegeschrei Aus Dem Von Der Heiligen Messe Meinte Es Seien Räuber Eingebrochen Und Seinen Starken Armen Trauend Stürzte Er Den Seinen Zu Hilfe Er Fand Keine Räuber Aber Den Tod Mit Diesem Rangen Weib Weib Mutter Und Hatten Schon Keine Stimme Mehr In Den Hoch Aufgelaufenen Schwarzen Gesichtern Ruhig Schlummerten Seine Kinder Und Gesund Und Rot Waren Ihre Munteren Gesichter Es Stieg In Christen Die Schreckliche Ahnung Dessen Auf Was Geschehen War Er Stürzte Ins Untere Haus Dort Sah Er Die Diensten Alle Verendet Die Stube Zur Toten Kammer Geworden Geöffnet Das Schauerliche Loch In Des Scheußlich Entstellten Knechtes Hand Den Bohrer Und Auf Des Bohrers Spitze Den Schrecklichen Zapfen Jetzt Wußte Er Was Geschehen War Schlug Die Hände Über Dem Kopfe Zusammen Und Wenn Die Erde Ihn Verschlungen Hätte So Wäre Es Ihm Recht Gewesen Da Kroch Etwas Hinter Dem Ofen Hervor Schmiegte Sich Ihm An Entsetzt Fuhr Er Zusammen Aber Es War Nicht Die Spinne Es War Ein Ames Bübchen Das Er Um Gottes Willen Ins Haus Genommen Und Unter Dem Ruchlosen Gesinde Gelassen Hatte Das Hatte Kein Teil Genommen An Den Gräueln Des Gesindes War Erschreckt Hinter Den Ofen Geflohen Es Allein Hatte Die Spinne Verschont Es Konnte Nun Den Hergang Erzählen Aber Noch Während Das Bübchen Erzählte Scholl Durch Wind Und Wetter Angst Geschrei Von Anderen Häusern Her Wehen Hundertjähriger Aufgeschwellter Lust Flog Die Spinne Durch Die Talschaft Las Zuerst Die Üppigsten Häuser Sich Aus Wo Man Am Wenigsten An Gott Dachte Aber Am Meisten An Die Welt Daher Von Dem Tod Am Wenigsten Wissen Mochte Noch War Es Nicht Tag Geworden So War Die Kunde In Jeglichem Hause In Der Gemeinde Schon Legen Viele Tod Und Hinten Im Talfahre Schrei Um Schrei Zum Himmel Auf Von Gezeichneten Die Sterben Müssten Da Kann Man Sich Denken Welch Jammer Im Lande War Welche Angst In Allen Herzen Was Das Für Eine Weihnacht War In Sumis Wald An Die Freude Die Sie Sonst Bringt Konnte Keine Seele Denken Und Solcher Jammer Kam Vom War Die Spinne Jetzt Bald War Sie Zu Vorderst Bald Zu Hinderst In Der Gemeinde Auf Den Bergen Im Tale Erschien Sie Zu Gleicher Zeit Wie Sie Früher Meist Hier Einen Dort Einen Gezeichnet Hatte Zum Tode So Verließ Sie Jetzt Selten Ein Haus Ehe Sie Alle Vergiftet Erst Wenn Alle Im Tode Sich Wandten Setzte Sie Sich Auf Die Schwelle Und Glotzte Schaden Wie Lange Man Sie Auch Einsperrt Es Schien Als Ob Sie Wüsste Ihr Sei Wenig Zeit Vergönnt Oder Als Ob Sie Sich Viel Mühe Sparen Wollte Sie Tat Wo Sie Konnte Viele Auf Einmal Ab Darum Lauerte Sie Am Liebsten Auf Die Wagen Welche Die Toten Zur Kirche Geleiten Wollten Bald Hier Bald Dort Am Liebsten Unten Am Kirchstalden Tauchte Sie Mitten Begleitenden Da Fuhr Dann Ein Schreckliches Wegeschrei Zum Himmel Auf Mann Um Mann Fiel Nieder Bis Alle Begleitenden Am Wege Lagen Und Rangen Mit Dem Tode Bis Kein Leben Mehr Unter Ihnen War Und Um Den Sarg Ein Haufen Toter Lag Wie Tapfere Krieger Um Ihre Fahne Liegen Von Der Übermacht Erfasst Da Wurden Keine Toten Mehr Zur Kirche Gebracht Niemand Verzweiflung Lag Überm Ganzen Tale Wut Kochte In Allen Herzen Strömte In Schrecklichen Verwünschungen Gegen Den Armen Christen Aus An Allem Sollte Er Jetzt Schuld Sein Jetzt Auf Einmal Wussten Alle Dass Christen Das Alte Haus Nicht Hätte Verlassen Dass Gesinde Nicht Sich Selbst Überlassen Sollen Auf Einmal Wussten Alle Dass Der Meister Für Sein Gesinde Mehr Oder Minder Verantwortlich Sei Dass Er Wachen Solle Über Beten Und Essen Wehren Solle Gottlosem Leben Gottlosen Reden Und Gottlosen Schänden Der Gaben Gottes Seltsam Jetzt War Allen Auf Einmal Hochfahrt Und Hochmut Vergangen Sie Taten Diese Laster In Die Unterste Hölle Hinunter Und Hätten Es Kaum Gott Glaubt Dass Sie Dieselben Noch Vor Wenigen Tagen So Schmählich An Sich Getragen Sie Waren Alle Wieder Fromm Hatten Die Schlechtesten Kleider An Und Die Alten Verachteten Rosenkränze Wieder In Den Händen Und Überredeten Sich Selbst Sie Seien Immer Gleich Fromm Gewesen Und An Ihnen Fehlte Es Nicht Dass Sie Gott Nicht Das Gleiche Überredeten Christen Allein Unter Ihnen Allen Sollte Gottlos Sein Und Flüche Wie Berge Kam Von Allen Seiten Auf ihn Her Und War Er Doch Eine Schwere Schuld Für Jeden Mann Und Schwerer Verantwortung Entrinnt Er Nicht Weil Er Anders Ist Als Gott ihn Will Das Sah Christen Auch Ein Darum War Er Nicht Trotzig Pochte Nicht Gab Sich Schuldiger Da Als Er War Aber Damit Versöhnte Er Die Leute Nicht Erst Jetzt Schrien Sie Einander Zu Wie Groß Seine Schuld Seien Müsste Da Er So Viel Auf Sich Nehme So Weit Sich Unterziehe Es Selbst Bekenne Er Sei Nichts Wert Er Aber Betete Tag Und Nacht Zu Gott Dass Er Das Übel Wende Aber Es Wart Schrecklicher Von Tag Zu Tag Er Wart Es Inne Dass Er Gut Machen Müsse Was Er Gefehlt Dass Er Sich Selbst Zum Opfer Geben Müsse Dass An Ihm Liege Die Tat Die Seine Ahnfrau Getan Er Betete Zu Gott Bis Ihm So Recht Feurig Im Herzen Der Entschluss Empor Wuchs Die Talschaft Zu Retten Das Übel Zu Sühnen Und Zum Entschluss Kam Der Standhafte Mut Der Nicht Wankt Immer Bereit Ist Zur Gleichen Tat Am Morgen Wie Am Abend Da Zog Er Herab Mit Seinen Kindern Aus Dem Neuen Hause Ins Alte Haus Schnitt Zum Loch Einen Neuen Zapfen Ließ In Wein Mit Heiligem Wasser Und Heiligen Sprüchen Legte Zum Zapfen Den Hammer Setzte Zu Den Betten Der Kinder Sich Und Harte Der Spinne Da Saß Er Betete Und Wachte Und Rang Mit Dem Schweren Schlaffesten Mutes Und Wankte Nicht Aber Die Spinne Kam Nicht Ob Sie Sonst Allenthalben War Denn Immer Größer War Das Sterben Immer Wilder Die Wut Der Überlebenden Mitten In Diesen Schrecken Sollte Ein Wildes Weib Ein Kind Gebären Da Kam Den Leuten Die Alte Angst Ungetauft Möchte Die Spinne Das Kindlein Holen Das Pfand Ihrer Alten Pacht Das Weib Gebärdete Sich Wie Unsinnig Hatte Kein Gottvertrauen Desto Mehr Hass Und Rache Im Herzen Man Wußte Wie Die Alten Gegen Den Grünen Sich Geschützt Vor Zeiten Wenn Und Den Ewigen Feind Gestellt Man Wollte Auch Nach Dem Priester Senden Aber Wer Sollte Der Bote Sein Die Unbegrabenen Toten Welche Die Spinne Bei Den Leichen Zügen Erfasst Sperrten Die Wege Und Würde Wohl Ein Bote Über Die Wilden Höhen Der Spinne Die Alles Zu Wissen Schien Entgehen Können Wenn Er Den Priester Holen Wollte Es Zagten Alle Da Wie Auf Dem Wege Wenn Ihm Der Tod Bestimmt Sei So Entrinne Er Ihm Nicht Hier Und Nicht Dort Er Machte Sich Auf Den Weg Aber Stunde Um Stunde Ran Vorüber Kein Bote Kam Wieder Wut Und Jammer Wurden Immer Entsetzlicher Die Geburt Rückte Immer Näher Da Riss Das Weib In Der Wut Der Verzweiflung Vom Lager Sich Auf Stürzte Hin Nach Christens Haus Dem Tausendfach Verwünschten Der Betend Bei Seinen Kindern Saß Des Kampfes Mit Der Spinne Gewärtig Weither Schon Tönte Ihr Geschrei Ihre Verwünschungen Donnerten An Christens Türe Lange Ehe Sie Dieselbe Aufriss Und Den Donner In Die Stube Ihm Brachte Als Sie Hineinstürzte So Schrecklichen Angesichts Da Fuhr Er Auf Er Wusste Erst Nicht War Es Christine In Ihrer Ursprünglichen Gestalt Aber Unter Der Tür Hemmte Der Schmerz Ihren Lauf An Den Tür Pfosten Wand Sie Sich Die Flut Ihrer Verwünschungen Ausgießend Über Den Armen Christen Er Sollte Der Bote Sein Wenn Er Nicht Verflucht Sein Wolle Mit Kind Und Kindes Kindern In Zeit Und Ewigkeit Da Überwallete Der Schmerz Ihr Fluchen Und Ein Söhnlein War Geboren Vom Wilden Weibe Auf Christen Schwelle Und Alle Die Ihr Gefolgt Waren Stoben In Zweite Des Schrecklichsten Gegenwärtig Das Unschuldige Kindlein Hielt Christen In Seinen Armen Stechend Und Wild Giftig Starrten Aus Des Weibes Verzerrten Zügen Dessen Augen Ihn An Und Es Wart Ihm Immer Mehr Als Trete Die Spinne Aus Ihnen Heraus Als Sei Sie Es Selbst Da Kam Die Kraft Gottes In Ihn Und Ein Übermenschlicher Wille Wart In Ihm Mächtig Einen Innigen Blick Warf Er Auf Seine Kinder Hüllte Das Neugeborene Kind In Sein Warm Gewand Sprang Über Das Glotzende Weib Den Berg Hinunter Das Tal Entlang Sumis Wald Zu Zur Heiligen Weihe Wollte Er Das Kindlein Selbst Tragen Zur Söhne Der Schuld Die Auf Ihm Lag Dem Musste Er Seine Tritte Setzen Da Eilte Ihn Ein Leichter Fuß Es War Das Arme Bübchen Dem Es Graute Bei Dem Wilden Weibe Das Ein Kindlicher Trieb Dem Meister Nach Getrieben Wie Stacheln Fuhr Es Durch Christens Herz Dass Seine Kinder Allein Bei Dem Wütenden Weibe Seien Aber Sein Fuß Stund Nicht Stille Strebte Dem Heiligen Ziele Zu Schon War Er Unten Am Kirchstalden Hatte Die Kapelle Im Auge Da Glühte Es Plötzlich Vor Ihm Mitten Im Wege Es Regte Sich Im Busche Im Wege Saß Die Spinne Im Busche Wankte Rot Ein Federbusch Und Hoch Hob Sich Die Spinne Wie Zum Sprunge Da Rief Christen Mit Lauter Stimme Zum Dreieinigen Gott Und Aus Dem Busche Tönte Ein Wilder Schrei Es Schwand Die Rote Feder In Des Bübchens Armen Legte Er Das Kind Und Griff Dem Herren Seinen Geist Empfehlend Mit Starker Hand Die Spinne Die Wie Gebannt Durch Die Heiligen Worte Sitzen Blieb Glut Strömte Durch Sein Gebein Aber Er Hielt Fest Der Weg War Frei Und Das Bübchen Verständigen Sinnes Eilte Dem Priester Zu Mit Dem Kinde Christen Aber Feuer In Der Starken Hand Eilte Geflügelten Laufes Seinem Hause Zu Schrecklich War Der Brand In seiner Hand Der Spinnegift Drang Durch Alle Glieder Zur Glut Wart Sein Blut Die Kraft Wollte Er Starren Der Atem Stocken Aber Er Betete Fort Und Fort Hielt Gott Fest Vor Augen Hielt Aus In Der Hölle Glut Schon Sah Er Sein Haus Mit Dem Schmerz Wuch Sein Hoffen Unter Der Türe War Das Weib Als Dasselbe Ihn Kommen Sah Ohne Kind Stürzte Es Sich Ihm Entgegen Einer Tigerin Gleich Der Man Die Jungen Geraubt Es Glaubte An Den Schändlichsten Verrat Es Achtete Seines Winkens Nicht Hörte Nicht Die Worte Aus Seiner Keuchenden Brust Stürzte In Seine Vorgestreckten Hände Klammerte An Sie Sich An In Kämpfen Ehe Es Ihm Gelingt Ins Alte Loch Die Spinne Zu Drängen Mit Sterbenden Händen Den Zapfen Zu Schlagen Er Vermag's Mit Gottes Hilfe Den Sterbenden Blick Wirft Er Auf Die Kinder Holt Lächeln Sie Im Schlafe Da Wird Es Ihm Leicht Eine Höhere Hand Schien Seine Glut Zu Löschen Und Laut Betend Schließt Er Zum Tode Seine Augen Und Frieden Freude Fanden Die Auf Seinem Gesicht Die Vorsichtig Und Angstvoll Kamen Zu Schauen Wo Das Weib Geblieben Erstaunt Sahen Sie Das Loch Verschlagen Aber Das Weib Fanden Sie Versenkt Und Verzerrt Im Tode Liegen An Christens Hand Hatte Sie Den Feurigen Tod Geholt Noch Standen Sie Und Wussten Nicht Was Geschehen War Als Mit Dem Kinde Das Bübchen Wiederkehrte Vom Priester Begleitet Der Das Kind Schnell Getauft Nach Damaliger Sitte Und Wohlgerüstet Und Mutvoll Dem Gleichen Kampfe Entgegen Gehen Wollte Indem Sein Vorgänger Siegreich Das Leben Gelassen Aber Ein solch Opfer Forderte Gott Nicht Von Ihm Den Kampf Hatte Schon Ein Anderer Bestanden Lange Fasten Die Leute Nicht Welch Große Tat Christen Vollbracht Als Ihnen Endlich Glaube Und Erkenntnis Kamen Da Beteten Sie Freudig Mit Dem Priester Dankten Gott Für Das Neugeschenkte Leben Und Für Die Kraft Die Er Christen Gegeben Diesem Aber Beteten Sie Im Tode Noch Ihr Unrecht Ab Und Beschlossen Mit Hohen Ehren Ihn Zu Begraben Und Sein Andenken Stellte Sich Glorreich Wie Das Eines Heiligen In Aller Seelen Sie Wussten Nicht Wie Ihnen War Als Der So Verschwunden War Und Sie Mit Freuden Wieder In Den Blauen Himmel Hinauf Sehen Konnten Ohne Angst Die Spinne Krieche Unterdessen Auf Ihre Füße Sie Beschlossen Viele Messen Und Den Allgemeinen Bußgang Vor Allem Wollten Sie Die Beiden Leichen Bestatten Christen Und Seine Drängerin Dann Sollten Auch Die Anderen Eine Stätte Finden Soweit Es Möglich War Es War Ein Feierlicher Tag Als das ganze Tal Zur Kirche Wanderte Und Auch In Manchem Herzen War Es Feierlich Manche Sünde Wart Erkannt Manch Gelübde Wart Getan Und Von Dem Tage An Wurde Viel Übertriebenes Wesen Auf Den Gesichtern Und In Den Kleidern Nicht Mehr Gesehen Als In Der Kirche Und Auf Dem Kirchhofe Viele Tränen Geflossen Viele Gebete Geschehen Waren Gingen Alle Aus Der Talschaft Welche Zur Begräbnis Gekommen War Und Gekommen Waren Alle Die Ihrer Glieder Mächtig Waren Zum Üblichen Imbiss Ins Wirtshaus Da Geschah Es Nun Dass Wie Üblich Weiber Und Kinder An Einen eigenen Tische Saßen Die Sämtliche Erwachsene Mannschaft Aber Platz Hatte An Dem Wohnen Zum Andenken Dass Auch Das Leben Der Zweitausende In Der Hand Dessen Stehe Der Die Zwei Dutzend Gerettet Damals Säumte Man Nicht Lange Beim Begräbnis Mal Es Waren Die Herzen Zu Voll Als Das Viel Speise Und Trank Platz Gehabt Hätten Als Sie Aus Dem Dorfe Hervor Auf Die Freie Höhe Kamen Sahn Sie Eine Röte Am Himmel Und Als Sie Heim Kamen Fanden Sie Das Neue Haus Niedergebrannt Bis Auf Den Boden Wie Es Zugegangen Erfuhr Man Nie Aber Was Christen An Ihnen Getan Vergaßen Die Leute Nicht An Seinen Kindern Vergalten Sie Es Fromm Und Wacker Erzogen Sie Dieselben In Den Frömmsten Häusern An Ihrem Gute Vergriff Sich Keine Hand Ob Gleich Keine Rechnung Zu Sehen War Es wurde Gemehret Und Wohl Besorgt Und Als Die Kinder Aufgewachsen Waren So Waren Sie Nicht Nur Nicht Um Ihr Gut Betrogen Sondern Noch Viel Weniger Um Ihre Seelen Es Wurden Rechtschaffende Gottes Fürchtige Menschen Die Gnade Bei Gott Hatten Und Wohl Gefallen Bei den Menschen Die Segen Im Leben Fanden Und Im Himmel Noch Mehr Und So Blieb Es In der Familie Und Man Fürchtete Die Spinne Nicht Denn Man Fürchtete Gott Und Wie Es Gewesen War So Soll Es So Gott Will Auch Bleiben Solange Hier Ein Haus Steht Solange Kinder Den Eltern Folgen In Wegen Und Gedanken Hier Schwieg Der Großvater Und Lange Schwiegen Alle Und Die Einen Sannen Dem Gehörten Nach Und Die Anderen Meinten Er Schöpfe Atem Und Fahre Dann Weiters Fort Tisch Bin Ich Manchmal Gesessen Und Habe Von Dem Sterben Gehört Und Das Nach Dem Selben Sämtliche Mannschaft In Der Gemeinde Daran Platz gehabt Aber Wie Punkt Um Alles Zugegangen Das Konnte Mir Niemand Sagen Aber Sage Mir Wo Hast Du Denn Alles Das Vernommen Hey Sagte Der Großvater Das Erbte Sich Bei Uns Vom Vater Auf Den Sohn Und Als Das Andenken Davon Bei Den Anderen Leuten Im Tale Sich Verlor Hielt Man Es In Der Familie Sehr Heimlich Und Scheute Sich Etwas Davon Unter Die Menschen Zu Lassen Nur In Der Familie Redete Man Davon Damit Kein Glied Derselben Vergesse Was Ein Haus Baut Und Ein Haus Zerstört Was Segen Bringt Und Segen Vertreibt Aber Vettermann Sagte Der Sieben Jahren Einriss Ist Das Uralte Ich Kann Das Fast Nicht Glauben Nein Sagte Der Großvater Das Uralte Haus War Gar Baufällig Geworden Schon Vor Fast 300 Jahren Und Der Segen Gottes In Feldern Und Matten Hatte Schon Lange Nicht Mehr Platz Darin Und Doch Wollte Es Die Familie Nicht Verlassen Und Ein Neues Bauen Durfte Sie Nicht Sie Hatte Nicht Vergessen Wie Ist Und Fragte Endlich Einen Weisen Mann Der Zu Haslebach Gewohnt Haben Soll Umrat Der Soll Geantwortet Haben Ein Neues Haus Könnten Sie Wohl Bauen An Die Stelle Des Alten Und Nicht Anders Wo Aber Zwei Dinge Müssten Sie Wohl Bewahren Das Alte Holz Worin Die Spinne Sei Den Alten Sinn Der In Alte Holz Die Spinne Geschlossen Dann Werde Der Alte Segen Auch Im Neuen Hause Sein Sie Bauten Das Neue Haus Und Ihm Ein Mit Gebet Und Sorgfalt Das Alte Holz Und Die Spinne Rührte Sich Nicht Sinn Und Segen Änderten Sich Nicht Aber Auch Das Neue Haus Wart Wiederum Alt Und Klein Wurmstichig Und Faul Sein Holz Nur Der Pfosten Hier Blieb Fest Und Eisen Hart Mein Vater Hätte Schon Bauen Sollen Er Konnte Es Erwehren Es Kam An Mich Nach Langem Zögern Wagte Ich Es Ich Tat Wie Die Früheren Fügte Das Alte Holz Dem Neuen Bei Und Die Spinne Regte Sich Nicht Aber Gestehen Will Ich Es Mein Lebtag Betete Ich Nie So Inbrünstig Wie Damals Als Ich Das Verhängnis Volle Holz In Händen Hatte Die Hand Der Ganze Leib Brandte Mich Unwillkürlich Wüchsen An Hand Und Leib Und Ein Berg Fiel Mir Von Der Seele Als Endlich Alles An Seinem Orte Stund Da Wart Meine Überzeugung Noch Fester Dass Weder Ich Noch Meine Kindes Kinder Etwas Von Der Spinne Zu Fürchten Hätten So Lange Wir Uns Fürchten Vor Gott Da Schwieg Der Großvater Und Noch War Der Schauer Nicht Verflogen Der Ihnen Den Rücken Herauf Gekrochen Als Sie Hörten Der Großvater Hätte Das Holz In Händen Gehabt Und Sie Dachten Wie Es Ihnen Wäre Wenn Sie Es Auch Da Rein Nehmen Müssten Endlich Sagte Der Vetter Es Ist Nur Schade Dass Man Nicht Weiß Was An Solchen Dingen Wahr Ist Alles Kann Man Kaum Glauben Und Etwas Muss Doch An Der Sache Sein Sonst Wäre Das Alte Holz Nicht Daraus Lernen Sagte Der Jüngere Götti Und Dazu Hätten Sie Noch Kurze Zeit Gehabt Es Dünke Ihn Er Sei Erst Aus Der Kirche Gekommen Sie Sollten Nicht So Viel Sagen Sagt Die Großmutter Sonst Fange Ihr Alter Ihnen Eine Neue Geschichte An Sie Sollten Jetzt Auch Einmal Essen Und Trinken Es Seie Eine Schande Wie Niemand Esse Und Trinke Es Solle Doch Gessen Viel Getrunken Und Zwischendurch Gewechselt Manche Verständige Rede Bis Groß Und Golden Am Himmel Der Mond Stund Die Sterne Aus ihren Kammern Traten Zu Mahnen Die Menschen Dass Es Zeit Sei Schlafen Zu Gehen In Ihre Kämmerlein Die Menschen Sahen Die Geheimnisvollen Mahner Wohl Aber Sie Saßen Da So Heimelig Und Jedem Klopfte Es Unheimlich Unterm Brusttuch Wenn Er Ans Heim Gehen Dachte Und Wenn Es Schon Keiner Sagte So Wollte Doch Keiner Der Erste Sein Endlich Stund Die Gotte Auf Und Schickte Mit Zitterndem Herzen Zum Weggehen Sich An Doch Es Fehlte Ihr An Sich An Begleitern Nicht Und Miteinander Verließ Die Ganze Gesellschaft Das Gastliche Haus Mit Vielen Dank Und Guten Wünschen Allen Bitten An Einzelne An Die Gesamtheit Doch Noch Länger Zu Bleiben Es Werde Ja Nicht Finster Zum Trotz Bald War Es Still Ums Haus Bald Auch Still In Dem Selben Friedlich Lag Es Da Rein Und Schön Glänzte Es In Des Mondes Schein Das Tal Entlang Sorglich Und Freundlich Bar Es Brave Leute In Süßem Schlummer Wie Die Schlummern Welche Gottes Furcht Und Gute Gewissen Im Busen Tragen Welche Nie Die Schwarze Spinne Sondern Nur Die Freundliche Sonne Aus Dem Schlummer Wecken Wird Denn Wo Solcher Sinn Wohnet Darf Sich Die Spinne Nicht Regen Weder Bei Tage Noch Bei Nacht Was Ihr Aber Für Eine Macht Wird Wenn Der Sinn Ändert Das Weiß Der Der Alles Weiß Und Jedem Seine Kraft Zuteilt Den Spinnen Wie Den Menschen